Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 39. Wir nehmen auf am 19. März und heute sind wir wieder in unserer üblichen Runde zu dritt am Start. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich heute auch wieder mit dabei Michael Beberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja und guten Tag ihr tausend Hörer. Ja, legst du gleich die Messlatte hoch, mal gucken ob es tatsächlich heute wieder so viel werden. Die letzten zwei regulären Folgen, sage ich mal, waren für uns sehr erfolgreich. Da haben wir einen deutlich höheren Zuwachs gehabt. Allerdings unsere letzte Folge, die Sonderfolge, das Interview mit Herrn Bröckel, kommt da nicht so ganz mit den Abrufzahlen. Wir sind ein wenig enttäuscht. Da haben wir uns so Mühe gegeben. Eigentlich schon, ja, Fragen vorbereitet, einen Termin ausgemacht, zur Britta Arena gefahren und so weiter und so weiter. Das ist ja alles schon ein bisschen Arbeit. Und da hört sich kaum einer an, also kaum einer, weniger zumindest als jetzt die letzten Folgen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Wir sprechen gleich nochmal über die Inhalte, über was wir da mit Herrn Bröckel gesprochen haben. Nämlich das Thema Stadionumbau, also den Neubau der Westtribüne. Ja, wenn wir sonst schon noch gerade bei Verweisen sind auf andere Folgen, beziehungsweise andere Podcasts. Sonja ist auch in einem neuen Projekt involviert. Möchtest du uns kurz was darüber erzählen? Das hat ja auch mit Fußball zu tun. Es hat sehr mit Fußball zu tun. Es nennt sich FRÜF. Also F-R-Ü-F. Ist die Abkürzung für Frauen reden über Fußball. Und ja, ich bin da involviert, aber ich bin da wirklich nur eine von ganz, ganz vielen. Das haben sich, zwei Mädels haben das zusammen ausgehackt. So ja, man könnte doch mal so einen Podcast machen, in dem wirklich Frauen über Fußball und auch über normale Fußballthemen reden. Also nicht das, was ich hier so im Bunden mache. So guck mal, was der hier bei Instagram gepostet hat, sondern über knallharte Fußballthemen. Und die haben einfach verschiedene Mädels angesprochen. Unter anderem dann auch mich per Twitter. Hast du Bock da mitzumachen? Und hatte ich, habe ich dann einfach mal zugesagt. Und es ist jetzt sowieso so, es gibt jetzt eine Dummy-Folge erstmal, so eine Nullnummer, die wir ja irgendwie nie gemacht haben. Warum auch immer. Ja, wir hatten mal anfangs der Weile getestet und dann die erste Folge, die haben wir dann gleich rausgehauen. Nee, aber dann einfach mit so einer Vorstellungsrunde. Und es ist jetzt angedacht, dass es einfach monatlich einen Podcast in wechselnder Besetzung zu verschiedenen Themen dann immer gibt. Also so oft wie hier werde ich da jetzt nicht zu hören sein, aber ab und zu bestimmt mal. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Es hat ja auch gleich erstmal ein paar Idioten hervorgetriggert. Ja, natürlich. Ja, wir packen auf jeden Fall schon mal für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, den Link zum Früh-Podcast in die Shownotes. Und wenn du dann mal mit in der Runde bist, dann werden wir es auf jeden Fall natürlich nochmal extra hier ankündigen, damit auch deine Fans keine Folge verpassen. Gott, wie du das sagst. Ja, warum denn nicht? Ja, dann, Sonja, wenn du schon gerade am Start bist, dann erzähl uns doch gleich mal. Ah, warte mal, soll ich unsere Musik zum Ground-Troping machen? Wollen wir die hören? Dürfen wir noch. Ach, wir trauen uns einfach mal. Achtung, los geht's. So, Sonja unterwegs. Ich wünsche dir jetzt so ein gutes Auto. Ja, klingt doch super, oder? Wo warst du denn dieses Mal? Ach, es ist schon wieder so traurig. Ich traue mich kaum mehr anzukommen im Moment mit der Rubrik, weil es war wieder nur das Eintracht-Heimspiel im Europapokal. Ja gut, immerhin gibt es noch Eintracht-Heimspiele im Europapokal, zu denen du fahren kannst. Das ist ja schon mal was. Und es wird noch ein weiteres geben. Wollte ich gerade sagen. Die Frage ist, ob es noch nicht. Die Klappe aufreißen, der eigene Verein nicht mehr im Europapokal ist. Ganz im Gegenteil, das war jetzt, das sollte überhaupt nicht hämisch oder irgendwas sein. Ich finde das richtig toll. Also ich werde jetzt deswegen nicht zum Eintracht-Fan, aber ich beobachte das schon mit. Das nervt mich sowieso, diese ganzen Leute, die sagen, jetzt bin ich aber hier. Ja, ja, genau. Und jetzt, es muss so toll sein, jetzt Eintracht-Fan zu sein. Ja gut, das kann ich ja nur verstehen, diese Außensicht. Aber weißt du, diese Leute, die sagen, komm mal, jetzt find ich die Eintracht auch toll. So, ja, jetzt kannst du auch wegbleiben. Genau. Steht denn schon fest, dass man da auch hinfahren und reingehen darf zum nächsten Heimspiel? Heimspiel gehe ich mal stark davon aus. Also, weil diese Bewährungsstrafe, die es gab, die war gemünzt auf auswärts. Ah, okay. Also, es stand halt so in dieser Strafe, also von wegen Ben, Away Game, was auch immer. Also, es war wirklich nur auswärts. Also, natürlich war es bei der UEFA nie, aber da gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es das Heimspielzuschauer haben wird. Die Reaktion der nicht zündelnden Fans war auf jeden Fall ganz cool. Ja, fand ich auch. Größenteil. Aber nee, also bei mir war es hier jetzt nur, das Zündeln war ja beim Rückspiel, ich war jetzt nur beim Heimspiel gegen Mailand. Genau, das heißt, es steht zu befürchten, dass das Auswärtsspiel in Lissabon ohne, zumindest offiziell ohne Eintracht-Fans stattfinden wird. Ist das richtig so? Genau. Okay. Ja, wie schade. Lissabon kann ich empfehlen, hatte ich ja vor einigen Folgen erzählt. Da war ich ja erst. Und Benfica, ich meine, die haben gegen Bayern in der Vorrunde zweimal verloren. Mann, das sollte dann für Frankfurt kein Problem sein, würde ich sagen. Ja, immer her mit diesen Champions-League-Absteigern. Ja, klar. Inter war auch einer, ne? Die kam auch aus der Champions-League-Vorrunde, ne? Und Donetsk auch, ja. Ach, Donetsk auch schon? Ja. Ah, okay. Das nervt ja so ein bisschen, dass die da oben ausscheiden und da unten weitermachen, aber gut. Okay. Und ich sehe gerade wieder, ich muss schon wieder das Soundboard nachträglich da reinbasteln, das nervt ja. Ja, aber jetzt beschwert sich Sonja noch, dass die Champions-League-Absteiger Europa League spielen, vielleicht freut sie sich nächstes Jahr darüber. Nee, dann wird das auch so ein arrogantes Ding sagen, was sollen wir denn jetzt da in dem Loser-Cup? Ja, da hast du ja dann ein 0-0 gesehen. Gab es da sonst irgendwas besonderes Berichtenswertes, was uns jetzt hier so in unserer kleinen Rubrik interessieren könnte? Naja, eigentlich nur so, dass der Schiedsrichter grundsolides Drittliga-Niveau hatte, würde ich mal sagen. Also der wäre jetzt auch bei einigen von den Wegenspielen nicht weiter aufgefallen. Gab es unberechtigte Elfmeter? Richtig. Ach stimmt, da war tatsächlich einer, ne? Der hat der Trab gehalten, oder? Genau, der war halt auch so ein bisschen unsanft, aber normalerweise darfst du den nicht pfeifen und dann gibt es auf der Gegenseite ein schlimmeres Foul, das musst du pfeifen, wenn du zuerst auch pfeifst und so. Also da habe ich mich wirklich so dran erinnert, dann irgendwelche grauen Spiele gegen Rostock und hier noch ein Foul und noch ein Foul und du kriegst den Elber dann einfach nicht. Und der Gegner kommt irgendwie zu einem Tor oder er guckt sich ein Elber, wie auch immer. Na gut. Ja. Nächstes Mal bringe ich hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr mit. Wollte gerade sagen, jetzt kein Holland, kein Dänemark, noch nicht mal Regionalliga. Ja, das war sehr mau die letzten Wochen, dafür habe ich viel gearbeitet. Okay. Wollte ich gerade sagen, lass die Sonja doch auch mal was arbeiten. Ja. Ja, das bin ich nicht gewohnt. Hallo? Mein Ruf? Eben. Bitte? Ich denke nur an deinen Ruf. Ja, dass ich nicht arbeite, hast du gesagt. Dass du im Wesentlichen davon lebst oder dafür lebst, irgendwo auf der Autobahn zu sein, um Fußballspiele dann anzugucken. Seitdem du den Jingle gemacht hast, hat's... Das ist nix mehr, ne? Ja, genau. Das nächste Mal kommt ein neuer Jingle. Das geht ja so nicht weiter. Was ist denn dein Zuhause-bleib-Jingle? Ja, da denke ich mir noch was aus. Ich bin gespannt. Okay. Gut, ja dann... Vertraue deinen Musik-Skills. Dann machen wir doch mal weiter. Du warst ja auch nicht unterwegs, oder? Nö. Ich habe nur zwei Heimspiele in Wiesbaden gesehen. Genau, und da sprechen wir doch auch gleich mal drüber. Ja. Haben wir, glaube ich, ja. Wir haben mehr Fußballspiele gesehen wie die Sonja. Ja, die Sonja hat ja geschwächelt. Der Stadionsprecher. Ja, genau, dann sprechen wir doch mal. Wir haben jetzt gleich vier Spiele. Wir haben's ja schon angekündigt. Der März war ja pickefacke voll und das geht ja auch noch so weiter. Deswegen werden wir die auch nur noch ganz kurz abhandeln. Es ging los mit einem Auswärtsspiel in Meppen. Das hab ich für meinen Teil am Handy auf der Autobahn Richtung Süden verfolgt. Zumindest größtenteils. Da sieht man jetzt natürlich nicht jedes Detail und muss zwischendurch auch mal irgendwo anders hingucken. Also ich bin nicht selbst gefahren. Ich saß auf dem Beifahrer. Ich hab grad rechtzeitig eine Pause eingelegt und das Steuer abgegeben. Und ja, was konnte man dann sehen? Man konnte eigentlich einen recht starken SV Meppen sehen. Also wie ihn war jetzt nicht schlecht, aber Meppen hat das auch gut gemacht. Habt ihr das im Groben auch noch so in Erinnerung? Kam, glaub ich, auch mit einer geilen Serie, ne? Ja, die haben zumindest auch längere Zeit nicht verloren. Ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie das vorher war. Das war ja das Duell der damals beiden stärksten Rückrundenteams. Oh, stimmt. Und ich glaub, das sind sie sogar immer noch, ne? Ich glaub, die sind sogar einen Punkt vor uns. Und jetzt, ja, nee, wir sind jetzt das beste Rückrundenteam. Aber Osnabrück hat sich noch zwischen uns und Meppen geschoben. Achso. Ja, also es war ja aber so, dass wir da relativ früh in Führung gegangen sind. Nach einer Flanke von Schmidt, einer schönen, wo Kireh dann relativ allein zum Kopfball kam. Oder Kireh. Und ja, im Prinzip war das aber so ein Duell auf Augenhöhe, kann man sagen. So eigentlich über die ganze Spielzeit. Und ja, dann hat uns mal wieder ein Ex-Spieler in den Arsch gebissen, der wirklich ein sehr schönes Tor erzielt hat. Das stimmt. So nach einer halben Stunde war das ungefähr. Genau, René Guder, sollten wir vielleicht dazu sagen, der erst im Sommer, äh Quatsch, im Sommer, im Winter jetzt von Wehen nach Meppen gewechselt ist. Ja, das war also wirklich so ein Ding, das war ein langer Ball. Der hat ihn so mitgenommen und aus dem Lauf unter Bedrängnis dann über Kolke ins lange Eck gehoben. Also das war schon schwer zu verteidigen, kann man sagen. Aber das, und ich würde auch mal so weit gehen mit der Behauptung, den trifft er auch nur einmal alle Jubeljahre so. Sonst wäre er auch bei uns geblieben. Wahrscheinlich. Er hatte vorher schon eine ganz gute Chance, da hat er den Ball nicht richtig getroffen beim Abschluss. Aber dann so der Zweite saß dann, ja, hat er gut gemacht, kann man nichts sagen. Auf jeden Fall, dann hat er noch so einen lustigen Torjubel gemacht, wo er dann irgendwie im Nachhinein noch meinte, das wären, so die Ex-Kollegen wüssten Bescheid. Wo er irgendwie so ein Bizeps angedeutet hat. Ja, genau. Wo auch der Kommentator bei El Magenta so meinte, von wegen ein angedeuteter Bizeps. Angedeuteter Bizeps. War schon ein bisschen Muskeln zu sehen, oder? War schon okay, ja. Keine Ahnung, vielleicht haben sie früher gefrotzelt irgendwie, dass er trainiert oder mehr trainieren muss oder irgend sowas. Kann sein. Ja. Aber ich fand es auch schön, dass er... Wäre wieder bei der alten Nummer, dass er überhaupt jubelt, ne? Ja, nee, genau. Fand ich in Ordnung, aber ich fand es auch ganz sympathisch, weil er hat es dann danach im Interview dann auch gesagt, dass man jetzt nicht irgendwie im Schlechten auseinandergegangen ist und so weiter. Und er hegt da jetzt keine negativen Gefühle jetzt irgendwie gegenüber seinen Ex-Vereinen. Also von daher, das fand ich alles völlig in Ordnung. Der ist ja auch fast schon so lange in Meppen, wie er bei uns war. Ja. Ja. Warum hat er nicht das Wappen geküsst nach dem Tor, ey? Genau. Ja, immerhin hat er in Meppen jetzt schon, ich weiß nicht, ich glaube drei Tore jetzt geschossen. Und bei uns hat er keins gemacht. Ja, ja. Seitdem der da ist, läuft das bei denen, ja. Ja. Wie ich immer sage, nachträglich wegen Arbeitsverweigerung verklagen. Oh. Weiß nicht, ob man da viel rausholen kann. Auf jeden Fall hatten wir dann, Kuhn hatte da noch eine ganz gute Szene, wo er da so in den Strafraum, ja, genau, eindrang. Und dann, äh, aber vor dem Tor die Nerven, oder die auf jeden Fall den Ball nicht untergebracht hat. Mhm. Im Kasten und, ähm, ja. Ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hätten wir da nicht wirklich noch gewinnen können, ne. Also. Ja, also die großen Chancen sind mir jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Ja, also es gab jetzt nicht mehr viel Chancen, glaube ich, insgesamt. Und, ähm, also ein-, zweimal war es von Meppen noch so ansatzweise gefährlich, aber im Endeffekt, ähm. Ich glaube, so gegen Ende haben die dann auch nicht mehr so viel gemacht. Ja, also ich denke, dass das 1-1 geht in Ordnung und, äh, bei einem Meppen in guter Form muss man halt auch mal sagen, okay, dann ist es halt mal nur ein Unentschieden. Äh, kann man auch mitleben. Also das ist, da habe ich mich jetzt nicht, äh, nicht zu, zu sehr gegrämt danach. Ist halt blöd, wenn du vorher das Heimspiel verlierst, aber gut, ähm, letztlich genau, in Meppen einen Punkt zu holen, ist schon erst mal okay. Ähm, davor, ah ja genau, davor hatten wir ja gegen, ähm, was war das, gegen Würzburg hatten wir direkt davor gewonnen, genau. Ja, verloren. Äh, ja natürlich, genau. Ja, ein, äh, Schicksal, was uns dann eine Woche später gleich wieder ereilte, eine Heimniederlage, nämlich gegen 1860 München. 0-1 ging das aus und das war schon wieder ziemlich ärgerlich. Ähm, also ich meine gerade so im Vergleich zu dem 0-2 gegen Würzburg, wo wir eben wirklich schlecht war und Würzburg gut und dann passt das auch so, waren wir gegen München jetzt nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft und, äh, hätten eigentlich auch in Führung gehen müssen in der ersten Halbzeit. Wir sind in Führung gegangen, theoretisch. Ja, so lange, bis der Schiedsrichter gesagt hat, nee, der Chiri stand jetzt im Abseits, äh, Tor zählt nicht. Dabei hat er doch schon den Salto gemacht. Ja, aber also ich hatte das in der, in der Szene noch gesehen, ich hab's am Fernsehen geguckt, also ich war in der Redaktion, hab's im Fernsehen geguckt und, äh, hab noch gesehen im Augenwinkel oben, bevor der Bild, der Bildschnitt da wegging, dass er die Fahne gehoben hat und hab mich deswegen gewundert, warum er da jetzt sein Salto macht. Ja, wir sind auch, äh, tüchtig ausgerastet. Weiß nicht, hattet ihr die Musik sogar schon eingespielt, Micha? Mh, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich hab, ich hab mich auch direkt, ich hab auch direkt gesehen, dass es nicht, nicht gibt, hab das auch kundgetan oben, ähm, und ich glaub, die Musik wurde nicht gespielt, ähm, aber ich hab auch direkt gesagt, dass, dass es kein Abseits war und ich bin ja auf der gegenüberliegenden Seite, äh, positioniert, ähm, und, ähm, gut, dann haben wir natürlich auch da jetzt, hab ich da jetzt ja den Vorteil, dass es da direkt auch, da läuft ja direkt das, ähm, Spiel von, über Magenta Sport und, ähm, allerdings mit so einer Minute Verzögerung. Das heißt, in dem Moment, wo du dich umdrehst, siehst du die Szene live quasi? Nee, dann musst du erst nochmal 45 Sekunden warten. Ach so. Das ist wirklich, so eine Minute kann wirklich sehr lang sein. sein, wenn du so ein Fußballspiel dir anguckst, ähm, und da hat, dann war es aber so, dass ich dachte, dass, also es gibt, da waren da zwei Spieler, war einer, der mit ihm mitläuft und einer war, der rausläuft, also zwei Verteidiger und, ähm, ich dachte ursprünglich, dass der, ähm, rauslaufende Verteidiger ist Abseits aufhebt, aber es war dann der andere. Auf jeden Fall, es war knapp, aber es war auf jeden Fall kein Abseits und, äh, da hat uns das Gespann um Manuel Gräfe, äh, mal wieder benachteiligt. Und, ähm, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie Gunnar ausgerastet ist, als eben Micha und ich beide gleichzeitig schrieben, das war kein Abseits, aus, äh, aus verschiedenen Perspektiven vorm Fernsehen. Es war, äh, tatsächlich, äh, ziemlich skurril, weil ich bin, äh, hab mich ziemlich gefreut auf der, äh, hab mich ziemlich gefreut auf der Tribüne und, äh, war da grad so halt so irgendwie mit, mit meinen Umstehenden irgendwie so am Abklatschen und, ähm, und drehte mich halt grad nach hinten, äh, und dann irgendwie, nee, nee, jetzt hielt ich, und dann, äh, ich bin aus allen Wolken gefallen, da stand ich erst mal total verdattert irgendwie da, gucke aufs Spielfeld, sehe, okay, es geht weiter, äh, und in dem Moment kamen dann von euch dann, oder kurz danach kamen dann von, äh, euch die Nachrichten, äh, weil, weil dann auch einer schon sagte, na, das war doch bestimmt, das war doch nie im Leben Abseits, ne, sieht man natürlich von uns aus ganz genau, da so hinter dem Tor, nie im Leben. Äh, ja, knapp war's ja, das kann ich mir sagen, das war jetzt nicht so ein 10 Meter Abseits oder nicht Abseits, aber, also. Und in dem Moment kam dann von euch dann auch dann die, die Nachrichten, äh, war keins, also das, äh, ja, war da schon ein bisschen frustrierend. Ich war mir bei der Szene jetzt ziemlich, also direkt ziemlich sicher, dass das kein Abseits war, es war dann tatsächlich knapper, als ich dachte, oder als ich es im ersten Moment wahrgenommen habe, aber, ähm, so ein Schiri-Gespann, die sind da ja geschult und, weiß ich jetzt nicht, warum er da die Fahne hebt, weil, ähm, ich meine, gut, wir haben ja hier keinen Videobeweis und da heißt es ja dann im Zweifel noch für den Angreifer und, ähm. Ja gut, das ist ja jetzt irgendeine Quatschaussage. Ja gut, aber gleiche Höhe ist kein Abseits. Ja, ja. Und, ähm, das war jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, eine Zehntelsekunde sah das total anders aus, dass es voll Abseits war. Also, das war jetzt auch meiner Meinung nach relativ, muss es eigentlich einfach für ihn zu sehen gewesen sein. Aber, gut, er hat es halt gepfiffen. Schiri hatte ja vorher in der Anfangsphase schon eine Chance, wo einige dann gejubelt hatten, wo er dann irgendwie da so einen langen Ball am zweiten, hinter dem zweiten, hinter dem langen Pfosten dann so einen Querpass gegen das Außennetz schießt. Mhm. Ähm. Ja, das war dann natürlich ärgerlich, dass er aus den zwei Chancen dann leider Karst da kein Tor gezickt hat. In der zweiten Halbzeit war es auch mal knapp bei einer Abseits-Situation, dann im Prinzip äh, gleiche, gleiche Stelle ungefähr, äh, dann halt eben für 60. Aber da war es dann ein bisschen deutlicher, dass es tatsächlich Abseits war, ne? Ja. Genau. Naja, gut. Ja, ich fand, dass man dem, dem Spiel generell angemerkt hat, dass, äh, also Warnia Mrofza und Schaeffler zurück in der Startelf. Mhm. Ähm, nach längerer Verletzung, dazu noch Gühl im, äh, zentralen Mittelfeld mit Mrofza. Und ich, das fand ich jetzt von meiner Position aus, ich hab dann auch gemerkt, dass das nicht jeder so gesehen hat am Spiel, aber ich fand halt schon, dass das zentrale Mittelfeld, dass du da gemerkt hast, dass da die Abstimmung nicht so, ähm, da war defensiv. Und, ähm, ja, man hat halt auch einfach gemerkt, dass Mrofza und Schaeffler da logischerweise noch nicht bei ihrem Leistungspotenzial waren, dass sie das Spiel einfach gebraucht haben, um, äh, ja, ihre, ja, halt nach Rückkehr, ähm, zu ihrem Spiel zu kommen. Ja. Ja, also ich fand's, äh, grad dafür, dass halt, äh, Gühl im Rofza dabei, der jetzt frisch reinkam, fand ich, haben sie es nicht so schlecht gemacht. Aber du hast natürlich schon recht, es gab schon ab und zu mal Lücken, die, äh, eigentlich nicht hätten sein dürfen. Genau, weil ich jetzt 60 als nicht so eine starke Mannschaft, äh, wahrnehme und das war mir dann zu, die haben mir da zu viel, also nach der Anfangsviertelstunde, nach der Anfangs 20 Minuten haben, das hat das jetzige Spiel zu stark in unserer Hälfte oftmals abgespielt, fand ich. Ja. Na gut. Jedenfalls, äh, gab's dann kurz vor Schluss dann noch die kalte Dusche, äh, einmal eine Flanke und, ja gut, Mockenhaupt ist da irgendwie ein Kopf zu kurz oder steht nicht gut oder sowas und Mölders kann dann, äh, hinter ihm aus kurzer Distanz dann einnicken, da war's noch irgendwie vielleicht fünf Minuten zu spielen oder sowas. Das war's dann. Ja, passte zu diesem beschissenen Spiel. Ja, die zweite Halbzeit war dann letztlich zu schwach auch. Ja, da haben sie, äh, gerade so die letzten 20, 25 Minuten kamen, kamen unsere ja eigentlich kaum noch nach vorne, äh, da weiß ich auch nicht, da konnte man irgendwie auch nicht mehr nachlegen, auch durch die Einwechslung, dass da irgendwie nichts passiert. Ja, es war halt wie so oft, es waren ja diesmal richtig viele Zuschauer da, waren ja über 6.000 und gut, die Hälfte weiß-blau. Äh, ja, aber trotzdem immerhin noch 3.000, äh, oder vielleicht sogar 3.500, äh, Heimfans quasi, also das, ja. Ja, also, ähm, das war halt wie oft, ja, es ist eine, wie so oft, das ist dann mal eine größere Kulisse, du hast vorher, äh, und dann, dann, es kommen wieder mehr Leute und dann verlieren sie halt wieder. Ja, das hatten wir leider schon ein paar Mal. Das stimmt. Hoffentlich das letzte Mal, diese Saison. Ja, das letzte Mal, dass viele Menschen da waren. Nee, es kommen ja... Nein, dass wir das dann, dass wir das dann verlieren. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, dass 6.000 Leute im Stadion waren. Ja, äh, das würde ich auch annehmen, ja, wenn wir jetzt noch, äh, Karlsruhe und Kaiserslautern, die werden sicherlich auch eine Menge Leute mitbringen. Ja. Osnabrück dann vielleicht auch, wenn die so in der Aufstiegseuphorie sind, das ist ja dann der vorletzten Spieltag. Okay, aber gut, das sehen wir dann. Ja, dann ging's in die englische Woche. Ähm, Mittwochabends Auswärtsspiel in Groß Asbach. Und, ähm, ja, da ging's eigentlich ganz munter los. Bloß in der, die Tore fehlten so in der ersten Halbzeit. Aber eigentlich war so... Ja, aber die schwäbische, die schwäbische Waldfee hat wieder den Ball aufs Spielfeld gebracht. Hat sie? Ja, das hab ich nicht gesehen. Ich hab, hab grad so irgendwie kurz paar Minuten nach, nach Anstoß, äh, hab ich erst eingeschaltet. Hab ich die Waldfee verpasst, Mensch. Mhm. Mhm. Und die ist ja, äh, bei Stehblock, äh, schon gewürdigt worden. Absolut, ja. In einem Auswärtsbericht und sie war wieder da. Also es war eine andere Dame, nehm ich an. Weil man kann sich jedes Jahr dafür bewerben und ich hab schon überlegt, mich auch mal dafür zu bewerben. Ja, das wär natürlich auch cool. Sonja, die Waldfee. Ja, die haben dann so was die grüne Kleider an und bringen da den Ball rein. Sonja vom Sonnenhof. Ja, ja. Sehr gut. Ich kann auch, ich kann auch fragen, ob wir das bei uns nicht einführen wollen. Die Wiesbalkenwaldfee. Die hessische, die hessische Waldfee aus dem Taunus. Oder die Weinkönigin oder so. Oder die, was haben wir denn sonst noch so, hier gibt's vielleicht so eine Sektbotschafterin oder sowas. Die Neroberg-Nymphomanin. Das war's. Die Neroberg-Nymphomanin. Jetzt sind wir aber, das ist jetzt sehr schnell eskaliert. Das ist, ich merk schon hier, Frauen reden über Fußball. Ja. Mit euch geht es am besten komisch. Komisch, ja. Aber da haben wir ja schon fast unseren Sendungstitel gefunden, würde ich sagen. Und nun zum Spiel. So, da sind wir in veränderte Aufstellung gestartet. In deutlich veränderte Aufstellung. Genau, da hat der Kollege Rehm ein wenig gerotiert, sagt man ja so. Genau, Schwardorf war nach längerer Zeit mal wieder in der Startaufstellung. Schipnoski kam rein, also beide Flügel ausgetauscht. Und wen hatten wir noch? Titsch-Rivero? Nee, der war noch nicht zurück. Alf! Alf natürlich, genau, Alf. Ja, Alf liefst ein bisschen unglücklich. Womit wir die drei Protagonisten auch schon benannt haben. Ja, richtig. Mit Schwardorf, Schipnoski und Alf. Genau, genau, genau. Ja, Alf, weil wieder halt links hinten, Dittgen hat ein Päuschen bekommen. Man weiß nicht genau, ob das jetzt nur eine Erholungspause hätte sein sollen oder ob jetzt Alf vielleicht wieder an der Reihe gewesen wäre, aber das hat sich jetzt relativ schnell erledigt. Denn schon nach, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten hat Alf eine Gelbe bekommen und wäre damit sowieso das nächste Spiel schon gesperrt worden. Ähm, und um das mal vorwegzunehmen, kurz vor Schluss hat er dann auch noch eine Rote bekommen wegen Notbremse. Ähm, ja. Das heißt, die Gelbsperre kommt auch demnächst wieder. Die wird wahrscheinlich nochmal kommen, genau. Also, die Rote Karte ersetzt ja dann sozusagen die Gelbe. Ähm, aber dadurch, dass dann der Elfmeter reinging, hat er auch nur eine Spielsperre jetzt bekommen. Und die hat er jetzt schon abgesessen. Also, er könnte jetzt wieder. Und startet dann wieder bei vier Gelben. Ja, genau. Äh, in der ersten Halbzeit keine Tore. In der zweiten Halbzeit, äh, ging's, äh, einmal richtig blöd los. Äh, weil Mockenhaupt ins eigene Tor getroffen hat. Wollte irgendwie den Ball rausgrätschen. Ja, das war in der Entstehung schon Mist oder halt unglücklich. Weil der Pass nach außen auch irgendwie nur zustande kam, weil, ich weiß gar nicht, wer haben wir denn da hingespielt? Ja, die hatten sich eigentlich schon festgerannt, ne? Und dann ging das so ein bisschen so ein Bestoche quasi. Ja, die hast du dann eigentlich geklärt und dann war das so ein Pressschlag oder ein abgefälschter Ball. Auf jeden Fall ist der direkt dem anderen so perfekt in den Lauf. Und dann schießt er nochmal selbst rein. Also, es war von vorne bis hinten. Hat Asbach da einfach nur Glück gehabt, dass das Ding da irgendwie über die Linie trudelte. Und da hab ich dann schon gedacht, so, oh ja, 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 ja. Da hatten wir ja vorher die drei Spiele ein Tor geschossen und einen Punkt geholt. Und dann hast du da wieder hinten gelegen gegen Groß Asbach, wo ja auch noch, lustigerweise, noch nicht so viele gewonnen haben. Ja, die haben wir auch, die haben ja wahnsinnig viele. Die haben jetzt, glaube ich, jetzt das letzte Wochenende, das neunte 0 zu 0 in der Saison schon. Also, ja, also gegen die muss man tatsächlich dann erstmal ein Tor schießen. Auch wenn sie unten drin stehen. Ja, die haben auch 16 unentschieden erst. Ja, ja. Ja, die, 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 die wackeln bedrohlich an unserem Rekord. Wie viele sind das? 18? 18, ja. Den haben wir nicht exklusiv, aber unter Vollmann damals haben wir den eingestellt. Ja. Ja, genau. Aber man musste nicht lange zittern, denn, weiß nicht, was war das? Vielleicht fünf Minuten später oder sowas? Ja, knapp zehn. Oder zehn, ja, genau, richtig. Es war noch, da hatten, hatte Groß Asbach tatsächlich sogar noch so ein, zwei Chancen direkt im Anschluss, wo man dachte irgendwie, uh, jetzt wird's aber wackelig. Die haben sie zum Glück nicht genutzt. Ähm, und dann kam eine gute Balleroberung von Schäffler und, äh, Mrowca schaltet schnell, nimmt da so den Ball oder beziehungsweise nimmt ihn gar nicht so, dann spielt er halt direkt da den, den losen Ball, äh, einen Steilpass, äh, in Schipnoskys Lauf, der schon gestartet ist. Das war top, ja. Das war richtig gut, also, er hat nicht erst angenommen oder sowas, sondern halt direkt gespielt und Schipnoski hat er schon seinen, seinen, seinen Spurt angezogen, äh, ja, ist mit Ball schneller als der Gegenspieler, ohne. Und, äh, hat dann am Ende auch noch, äh, mit seinem bisschen schwächeren Linken dann auch noch genau gut platziert, äh, den Ball am Torwart vorbeigelegt ins Eck. Das hat er richtig gut gemacht. Ja, und das war Tor 500, oder wie? Genau, das war das 500. Drittliga-Tor des SVW in Wiesbaden. Genau. Und dann das nächste, das fehlt dann nur ein paar Minuten später, äh, wieder Schäffler mitbeteiligt, ähm, der dann den Schwadorf so im Strafraum anspielt und der den ganz gut mitnimmt, der den Ball irgendwie so mit der Brust und dann setzt er sich auch noch, äh, recht robust dagegen den Verteidiger durch. Der Schwadorf ist ja jetzt auch nicht so ein Schrank, von daher ist das, äh, hat er es schon gut gemacht und dann auch noch, äh, so am Torwart vorbeigespitzelt. Äh, und da war noch ein paar Minuten dann schon der Rückstand gedreht in eine Führung. Das war dann übrigens das 50. Saisontor, wenn wir schon bei Jubiläen sind. Was zählst du denn alles mit? Ich zähl alles. Genau. Und damit noch nicht genug. Dann gab's auch noch, äh, das 3 zu 1 durch, äh, Chiré. Da hatte Diavosi von links mal abgezogen, der war in der Zwischenzeit eingewechselt worden. Und dann hat der Torwart natürlich da sich ein, ein Fauxpas geleistet, äh, dass er den Ball halt nach vorne abprallen lässt und nicht halt irgendwie zur Seite abwehrt oder sowas. Festhalten war schwierig, der Ball war auch, äh, oder der Rasen war auch nass, also dass der, dass der Ball... Ja, das war ja auch ein Pisswetter ohne Ende. Ja, ja, genau. Aber da hat, äh, Chiré gut gelauert und halt aus kurzer Entfernung dann halt abgestaubt. Ähm, ja. Und mit so einem 3 zu 1 sieht die Sache dann schon anders aus. Dann gab's dann halt, wie gesagt, noch kurz vor Schluss dann den Elfmeter, den unser alter Freund, äh, Slatko Janic dann, äh, lässig verwandelt hat. Aber zum Glück blieb's dann auch dabei. Also 3-2 Sieg in Großaspach. Ja. Aber da sonst noch irgendwelche Erkenntnisse aus dem Spiel? Ich war nach dem Spiel ziemlich froh, dass Herr Torwart diesen Fehler begangen hat. Weil, wer weiß, ich meine, gut, du weißt nicht, wie es läuft, wenn es 2-1 steht, ja. Ja, aber, ja, dieses 3-1 sah sehr gut aus, bis dann eben diese, und Aspach hat dann nicht wirklich Druck gemacht, ne. Bis dann wirklich diese eine Szene kommt, dann direkt das Tor, unten waren weniger, und dann, ja. Wobei, also dann die letzten paar Minuten, dann, wo es dann halt, äh, dann haben sie noch natürlich nochmal versucht, und da hatte dann wir eben auch noch Konterschancen. Also sie hätten eigentlich sogar noch das 4-2 dann schon machen können. Ja, genau. Ganz am Schluss dann. Ähm, aber gut, sei es drum. Also Groß-Aspach waren jetzt nicht wirklich so gefährlich, ja. Da siehst du halt auch, warum die oft kein Tor schießen, ähm, oder generell auch erst 24 Tore geschossen haben. Das sind ja, glaube ich, die, äh, das Team, das, äh, mit Abstand am wenigsten Tore erzielt hat, ähm, in der Liga, und, ähm, ja, im Prinzip ein Eigentor und ein Elfmeter, ja. Ja. Ja, im Prinzip 5 Vene haben die Tore gemacht. Ja, wenn du so willst. Das ist der dritte 3-2-Auswärtssieg immerhin in diesem Jahr. Mhm. Wo hatten wir das noch? Ach stimmt, genau, das hatten wir jetzt erst in Cottbus und in? Braunschweig. Braunschweig, genau. Ja. Ja. So. Und um dann die englische Woche, äh, abzuschließen, gab's am vergangenen Samstag noch ein Heimspiel gegen Preußen Münster, die in der Hinrunde eigentlich ganz gut unterwegs waren. War noch eine ganze Zeit lang auf dem Aufstiegsplatz. Aber, ja, schon vor der Winterpause sich so ein bisschen auf dem Weg nach unten gemacht haben. Und ich war überrascht, dass wir die erst, äh, ich glaub, erst am 20. Spieltag oder sowas haben die übergeholt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, die sind schon länger irgendwie abgerutscht. Aber da hat mich, da hat mich die Erinnerung, glaub ich, ein bisschen getrügt. Äh, aber mittlerweile, jetzt so in der Rückrunde läuft's für die auch nicht besonders. Und, äh, ja, noch dazu hatten sie irgendwie ein bisschen Personalprobleme, glaub ich, da. Zwei Leute aus dem zentralen Mittelfeld verletzt. Äh, das hat ihnen sicherlich auch nicht geholfen. Und sie waren auch nicht besonders gut, fand ich. Oder, äh, wie habt ihr das gesehen? Sonja? Naja, ist halt auch ein ganz frühes Tor für uns gefallen, ne? Das, genau. Okay, das ist natürlich immer hilfreich, ja. Also, haben wir gut losgelegt. Es gab sogar eigentlich schon eine Chance vorher, wo auch Kuhn, äh, so schräg in den Strafraum hineinschießt oder, ja, sollte wohl ein Torschuss werden, wurde dann eher eine Flanke und Schaeffler kam, oder eine Hereingabe, Schaeffler verpasst so einen Zentimeter. Das wird schon nach drei Minuten eigentlich das 1-0 sein können. Ja, da war, glaub ich, auch noch ein Fuß, ein Abwehrfuß dazwischen, oder? War noch einer dazwischen? Ja, war schlecht zu sehen. Meine, es gab da eine Ecke, bin ich mir ganz sicher. Ah. Na, jedenfalls gab's, äh, zwei Minuten später dann einen Freistoß, äh, für uns aus, ja, so guten 20 Meter Toranferne, würd ich sagen. Irgendwo hab ich 25 Meter gelesen, aber das kam mir ein bisschen zu viel vor. Aber wie auch immer, äh, halblinks. Und Kuhn zirkelt den wunderschön hinein, wie er das schon ein paar Mal gemacht hat. Wir wussten alle, dass es passieren würde. Tatsächlich, ja. Da dachte ich auch, irgendwie, das ist ja noch nicht so lange her, gegen wen hat er das gemacht, jetzt, äh, vor ein paar Wochen, äh, ich komm grad nicht mehr drauf. Rostock? War das gegen Rostock? Ja, ich glaube, ne? Äh, gegen Rostock hat er auch ein falsches Tor. Genau, genau, das meinte ich, ja. Ähm, da hat er ihn ja auch so schön reingezeckelt und, äh, ja, hat er jetzt auch ganz fantastisch gemacht. Ja, und mit so einer 1-0-Führung spielt's jetzt natürlich schon gleich besser. Ja, es ist, ähm, es war ein Schiri, der für einen Schäffler viel, oder relativ viel übrig, äh, hatte anscheinend, ähm, weil ich hab so, ich erlebte es so, der Schäffler oft einiges, äh, nicht gegen sich gefiffen wird, ähm, und nicht gefiffen bekommt für sich, ähm, und der hat eben, hat relativ viel gefiffen, wenn er da lag. Ähm, ich meine, ob ihr das auch so seht, aber ich hab das so irgendwie... Zumindest hat er einige Freistöße bekommen, ja, das stimmt. Ja. Und es ist richtig, bei anderen, äh, klappt das nicht immer so, ja? Ja, genau, das wollte ich sagen, ja. Ja, ein Schäffler ist ja viel so in solchen, ich sag mal in solchen, wie soll man sagen, solchen Rangeleien, weil er sich dann halt auch so ein bisschen in den Gegenspieler hineinlegt, wenn er gerade so, wenn er den Ball annimmt oder sowas, und entweder kann er halt den Ball verarbeiten, oder, äh, wenn halt einer ein bisschen an ihm zieht, dann liegt er halt. Ähm. Ja, aber das hast du, das hast du so krass gemerkt, dass das wirklich der Einzige ist im Kader, der den Ball richtig festmachen kann vorne. Ja. Also der sich da, äh, der den Ball also so abschirmen kann, um ihn dann zu verteilen. Ja. Das haben wir sonst, das hat sonst keiner bei uns, diese Fähigkeit. Ja, also Chiré würde ich sagen, der kann auch halt noch fantastisch Bälle verarbeiten, aber jetzt nicht unbedingt so mit dem Rücken zum Tor, ne? Gut, Chiré kann seinem Gegenspieler weglaufen und hat dann ein bisschen Abstand zwischen sich gebracht. Ne, aber auch, aber auch, aber auch wie er die Bälle annimmt, die halt manchmal aus so einer unmöglichen Höhe oder sowas irgendwie ankommen. Ja, der hat eine feine Technik. Aber ich sehe das auch nicht als Festmachen, der ist halt zielstrebig. Ja, richtig, ja. Genau, der macht mehr im Tempo und Schäffler, ähm, wie gesagt, kann auch auf, ohne, dass er groß sich, ähm... Ja, mehr im Stand quasi, ja. ...bewegt, genau, der kann auch im Stand den Ball festmachen und dann eben warten, bis er weitergelenkt wird. Ja. Genau, ja, aber trotzdem hätte es schon, äh, weiß nicht, was war es, irgendwo so zwischen der 10. und 15. Minute oder sowas, glaube ich, hätte es eigentlich auch schon zum Ausgleich kommen können, äh, da hatten wir aber mal Glück mit dem Schiri, denn Ditken hat da einen Gegenspieler im Strafraum oder auf der Strafraumlinie irgendwie am Fuß erwischt. Sicherlich nicht absichtlich, aber, äh, es gab einen Kontakt und, naja, äh, man könnte schon sagen, eher Elfmeter als nicht, oder? Also ich hatte erst gesagt... Vor allem kein Schwalbengelb. Ja, genau, das, das war dann natürlich dann obendrauf, äh, ich sag mal, da hätte ich mich jetzt als Münsteraner auch sehr geärgert, dass der dann halt dann für eine vermeintliche Schwalbe gelb kriegt. Ich glaube, das sind die Elfmeter, die tatsächlich am ärgerlichsten, oder die, die nicht, also das sind die Foulspiele, die nicht gefiffen sind, die sehr ärgerlich sind, weil sie einfach auch, glaube ich, für den Schiri schwer zu sehen sind, weil er eben ja nur so auf den Fuß tritt. Das hatte ich auch bei Bayern-Spielen schon so, dass das früher bei Müller, jetzt ja nicht mehr so, aber früher, dass der, dass man dann halt, ähm, ja, dem Gegner noch so am Schuh erwischt und der für den Schiri sieht so aus, ja, als wäre das ein Schwalbe, weil der eben ja nirgends wo drüber stolpert. Ja, aber, ähm, ja, man kann auch sagen, okay, der, der tritt neben, neben ihm auf dem Rasen auf von der Wahrnehmung, aber, ja, er tritt ihm halt auf dem Fuß oder auf dem Schuh und das, äh, ja, hätte zumindest Elfmeter geben müssen. Ja, ähm, schon eher. Für mich ein eindeutiger Elfmeter. Ja, das hat ja auch, hat ja auch Rehm danach zugegeben. Ja. Also, ja. Und es hat auch zur Anfangsphase von Dittgen gepasst, weil, äh, da hat nicht so viel geklappt bei dem. Ja, später war es besser, aber tatsächlich, äh, hat er, ja, ich möchte jetzt nicht drauf umreiten, aber ich muss schon hinzufügen, mal wieder doch, doch einige Böcke da drin gehabt, äh, irgendwie so schlechte Abspiele vor allem. Ja, der hat uns einige Angriffe einfach kaputt gemacht, weil er dann den, den Ball unsauber abgespielt hat oder den Mann im Rücken oder dem Gegner in den Fuß und das war dann wirklich gefährlich und dann der Szene halt auch, weil er da einfach zu ungeschickt agiert. Ja. War jetzt nicht brandgefährlich, da wäre aus der Szene vielleicht noch gar nichts passiert, das weiß man jetzt nicht, aber so, gut, so hat er es letztlich gut gelöst, ja, aber. Ja, ja, zumindest besser als, äh, Minzel im Spiel vorher, ne, äh. Schnell gelb mit Gegner provoziert. Genau. Ja, nee, aber muss man sagen, da haben wir Glück gehabt, also das, äh, müsste normalerweise anders ausgehen da an der Stelle. Ja, dann, äh, gab es schon noch ein paar Chancen, aber ich würde sagen, so in der zweiten Halbzeit, da hat Münster sich doch noch mal was vorgenommen gehabt, die haben dann auch, äh, Einspiele gewechselt, kamen so ein bisschen engagierter auch raus, ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten sie eigentlich gar keine Chance, ne, also keine, also jetzt mal, abgesehen von diesem vereitelten oder nicht gegebenen Elfmeter, der ja keine Chance dann tatsächlich war, aber, äh, so einen richtigen Torschuss hatten sie eigentlich nicht. Oder habe ich das falsch? Ich kann mich jetzt auch nicht wirklich erinnern, dass das mal gefährlich wurde. Ja, dann kamen sie, kamen sie ein bisschen schwungvoller dann raus, aber, äh. Also wir hatten ja noch in der ersten Halbzeit auch den, den Lattenkopfball von, von Schäffler. Mhm, richtig. Ecke Kuhn. Und, äh, ja. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch nochmal den, dann den Pfosten getroffen. Genau. Das hätte ja eigentlich das 2-0 schon mal sein müssen, das war ja kurz nach der Pause. Auch, ja genau, das war dann kurz so nach der ersten, ich sag mal, Mini-Drangphase von Münster. Ein toller Antritt von Kuhn, wo der, glaube ich, gleich zwei Leute irgendwie abschüttelt. Das war echt geil. Der rennt durchs halbe, bis halbe Spielfeld. Schön den Mann hat stehen lassen, ja. Ja, der versucht irgendwie, äh, irgendwie so ein bisschen halt so den, den, den Ball wegzuspitzeln, kommt nicht hin und fällt so ab wie so eine lästige Fliege und Kuhn rennt einfach weiter und der andere krabbelt dann da auf dem Boden. Also das war schon, schon sehr cool. Ähm, er spielt dann auf, auf Ditken, äh, der den dann noch in die Mitte legt, der war eigentlich nicht ganz so gut. Äh, Schipnoski muss ihn dann nochmal annehmen, zielt und trifft einen Pfosten, ne. Das war, ja, schade. Ja, der muss halt sagen, der kam im Strafraum frei zum Schuss, nachdem er den Ball angenommen hat. Ja. Da waren jetzt noch ein paar Verteidiger vor ihm, aber, ba, das muss, der muss dann halt auch drin sein, ne. Aus der Distanz, ja. Äh, ich meine, es könnte sein, dass irgendjemand den noch so ein ganz klein bisschen berührt hat irgendwie, dass das vielleicht der Zentimeter war, der fehlte. Aber, ja, gut. Ähm, Schipnoski war sowieso ein bisschen unglücklich. Der hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, keinen einzigen, äh, vernünftigen Ball gehabt. Also meistens haben sie ihn gar nicht erst angespielt, da auf rechts außen. Und dann ist er irgendwie in die Mitte gegangen. Dann war dann die rechte Seite aber unbesetzt. Äh, das heißt, es wird, wird auch wieder über, trotzdem wieder über links gespielt, weil halt rechts keiner stand. Äh, und wenn er mal am Ball war, dann war er gleich weg. Also das war, äh, ja, äh, suboptimal. Aber beim 2-0, was dann Mitte der zweiten Halbzeit dann fiel, äh, war auch beteiligt, weil der lange Ball raus auf Chiré, äh, kam von Schipnoski. Und, äh, ja, Schipnoski, äh, Quatsch, äh, Chiré spielten dann direkt mit, äh, direkt weiter in den Lauf von Schwardorff, der so in den Strafraum geht und wunderschön über den Torwart drüber lupft. Und ich glaube, er wäre schon, wäre eh schon reingegangen. Aber Hansch, der gerade zuvor eingewechselt war, drückten dann halt über die Linie. Ja, war in Ordnung. Kann man auf Nummer sicher gehen. Ja, hat ihm das Tor eigentlich schön geklaut, ne? Ja, äh, gut, ich meine, da war halt ein anderer auch noch. Nicht, dass da am Ende noch ein Verteidiger den dann irgendwie von der Linie kratzt oder sowas. Also finde ich völlig in Ordnung, dass der den dann halt auch, äh, reindrückt. Ich hatte bloß Angst nicht, dass der irgendwie am Ende dann im Abseits stand oder sowas. Aber war alles gut. Ne, den muss er da machen. Also wenn er den trudeln lässt und hinter ihm ist noch einer, der ihn dann wegkloppt, dann lacht das Stadion, ganz Stadion über ihn. Ja, ja. Also das, äh, war schon okay, auch wenn es für, für, für Schwardorff gerechter gewesen wäre, das Tor. Ja, aber, äh, ja, ich glaube nicht, dass, dass der sich da jetzt beschwert. Also ich glaube, da hat sich jeder dann gefreut, äh, dass halt eben dann die Kugel drin ist. Äh, 2-0 und damit war es dann eigentlich auch, äh, ziemlich durch. Also danach kam von Münster eigentlich nichts mehr. Ja, genau. Da hast du auch gemerkt, die waren, glaube ich, in den letzten zwölf Spielen haben sie zehnmal kein Tor geschossen. Mhm. Also sie haben nur in, in zwei der letzten zwölf Spiele überhaupt Tore geschossen und das hast du auch schon gemerkt, warum. Ja. Und, äh. Ich meine, du hast ja, hast ja noch die Philipp-Müller-Wette laufen. Ja. Der wurde ja eingewechselt. Nee. Immerhin, der war einmal am Ball, äh, und ging mal Richtung Tor. Hat er, weiß ich, hat er sogar geschossen? Weiß ich nicht mehr, aber. Ich glaube, der hatte den da an den, an den Zaun geknallt, ja. Ja, ja, stimmt, genau. Wir hatten, wir hatten irgendwo weit weg. Ähm, aber, was wollte ich noch sagen? Äh, ja, genau. Und die, die englische Woche ist für Münster jetzt natürlich auch, äh, äh, schlimmstmöglich gelaufen. Also alle drei Spiele verloren. Joa. Ohne Tor. Genau, die sind dann jetzt, äh, aus dem Aufstiegsrennen definitiv raus. Ja, die sind jetzt langsam im Abstiegskampf. Müssen eher nach unten gucken als nach oben, ja, zumindest mal so. Ich hatte nur, äh, nach dem Spiel, ähm, wo es dann auch, äh, von Liga 3 online kommt ja dann auf Facebook, immer der Aufruf, sind euch Szenen aufgefallen oder, wo die dann sagen, einfach nur, wie die Partien ausgingen. Und da kamen schon sehr viele Kommentare von Münsteranern, die sagen, wieder mal vom Schiri beschissen worden und wieder mal kein Elfmeter. Es waren wirklich sehr viele Kommentare, wo, was ich jetzt so nicht konkret natürlich mitbekomme, weil mich der Verein jetzt nicht so stark interessiert. Ähm, aber die scheinen schon jetzt auch häufiger, äh, im Zweifel gegen sich gepfiffen bekommen zu haben. Und das, klar, das macht natürlich auch was mit dir dann. Ja. Wenn du dann halt, äh, ich hatte keinen Lauf hast und dann immer noch mal, es dir schwerer gemacht wird. Genau. Ich hatte online noch mal geschaut, irgendwie, wie heißt da die örtliche Zeitung? Ich glaube, westfälische Nachrichten oder irgend sowas. Und, äh, da war im Spielbericht auch, äh, so die Rede davon, dass, keine Ahnung, das wievielte Mal irgendwie, dass er halt da jetzt irgendwie Pech hatten oder keine Elfmeter bekommen haben oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die Zahl jetzt war, aber offensichtlich, äh, ist das da so ein, so ein Dauerthema bei denen. Ja. Aber das, das hast du ja häufig, ne? Irgendwie, wenn du, äh, wenn du halt einen schlechten Lauf hast, dann klappt's auch mit den Schirientscheidungen dann eher nicht. Gut, es ist jetzt für sicherlich nicht der einzige Grund, aber, ja, ich denke auch, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn die da das 1-1 gemacht hätten. Aber, gut, ist jetzt sehr relativ, wir waren da schon besser und vor allem, das war jetzt auch eine Aufstellung, von der ich denke, mit der kannst du auch aufsteigen. Du hast gemerkt, dass sowohl ein Mroffzer im zentralen Mittelfeld als auch ein Schäffler vorne jetzt wieder drin sind in ihrem Rhythmus. Mroffzer, der dann auch mal viele Bälle gewonnen hat und, ähm, gut, Schäffler wurde ja ausgewechselt, glaube ich, nach einer Stunde. Genau, der war nicht ganz so stark, aber vielleicht braucht der jetzt auch einfach mal, war die, da war so ein bisschen die Luft raus vielleicht. Der war ja, nach der Verletzung hat er jetzt drei Spiele gehabt. Genau, und, ähm, ja, du merkst halt auch einfach, dass ein Schwardorff, wenn der, äh, jetzt wieder in Form ist, ich weiß nicht, ob der vorher auch irgendwie verletzt war, weil der ja so komplett keine Rolle mehr gespielt hat, oder lange kaum noch eine Rolle gespielt hat, also das, äh, das ist schon eine andere Qualität, die du dann da hast, auch ein Titsch Rivero dann zusammen mit dem, wenn da noch vielleicht ein Minzel statt einem Dittgen, das wäre so noch so die einzige Stellschraube, wo man vielleicht, ja, wo man auch so sagt, das ist noch so ein Wackelkandidat. Aber das, das hat mir jetzt schon so gut gefallen und ich denke aber, wenn du wirklich da vorne bleiben willst, oder sagen wir mal auf drei zumindest bleiben willst, dann brauchst du, musst du jetzt von Verletzungen ein wenig verschont bleiben. Ja, ähm, so Stichwort Schwardorff, da fällt mir halt auch auf, äh, der ist eigentlich, also wenn er von Anfang an spielt, ist er meistens gut, als, als Einwechselspieler ist er mir noch nie irgendwie besonders aufgefallen, also ich glaube, den, so als Joker taugt er nicht so sehr, äh, den kannst du besser von Anfang an spielen lassen, irgendwie und sich dann bis zur 70. Minute oder irgendwas vor Ausgaben und dann nochmal einen frischen Mann bringen. Andersrum, glaube ich, funktioniert es nicht so gut. Hast du, hast du die erste Szene von Diawuzin noch im Kopf, ähm, nach seiner Einwechslung? Ja, warte mal, da sprang ihm gleich irgendwie so der Ball so weg, ne? Ja, direkt erstmal Tempo aufgenommen, Ball im Aus. Ja. Das war auch, hab ich auch gesagt, auch nicht der klassische Joker. Diawuzin, ähm, können wir vielleicht nochmal kurze Einzelkritik, äh, das war doch im Spiel gegen 60, war das irgendwie auch so traurig, weil da ist mir auch irgendwie nichts gelungen und wie oft haben sie ihn auf außen anspielen wollen und er war einfach zu langsam, er hat den Ball nicht erreicht, das war doch mehrmals das, die Szene, also gab's bestimmt drei, vier Mal, wo er den Ball halt einfach nicht gekriegt hat und ich dachte nur, was ist denn da passiert? Wie kann der denn... Der Originale ist wahrscheinlich noch in Ingolstadt. Wie, wie kann der denn im halben Jahr, äh, so viel Geschwindigkeit verloren haben, selbst wenn er da nicht gespielt hat, deswegen wirst du doch nicht so langsam, aber das ist mir nicht klar, was da los ist. Er sieht jetzt auch nicht aus, als hätte er jetzt irgendwie sich einen Speck angefressen oder irgend sowas, also, dass der, dass ihm da die, weiß ich, also ich weiß es nicht, ist mir ja nicht klar. Ja, also ich hab, ich hab nur auch zwischendurch so gedacht jetzt mit, oder mittlerweile gedacht so, weil so vor ein paar, ich glaub so vorletzte Aufnahme, weil wir haben ja vier Spieler ausgeliehen, ne? Also mit Gühl, Hansch, Diawosie und, äh, Schmidt. Mhm. Und mittlerweile denke ich so, naja, ja, also Hansch ist mir vorne zu körperlos oft, also der geht da nicht so richtig in die Zweikämpfe und, ähm... So ein bisschen breitkreuzmäßig, ne? Ja, also der ist so... Erstmal schöne Beleidigung. Also der hat jetzt, der hat jetzt kein Attribut, von dem ich sage, das kann er besonders gut, der, der Hansch. Er hat direkt die Antitore gemacht, aber danach so. Diawosie ist technisch nicht besonders stark am Ball. Jetzt die letzten Male zumindest und auch nicht mehr so schnell. Und, ähm, gut, Gühl hat jetzt ja zweimal von Anfang an gespielt, aber da merkst du auch, dass es für die Startelfen-Bestbesetzung nicht reicht. Das sind jetzt alles Spieler, die jetzt so für die Breite des Kaders ganz gut sind, aber die da dann eher, das sind eher alles Einwechselkandidaten. Einwechselkandidaten, also die brauchst du jetzt nicht zwangsläufig. Aber Schmidt hatte ja noch die tragendste Rolle, wobei der die ja jetzt momentan auch so ein bisschen verloren hat, weil er weder außen besonders stark war zuletzt, und im Zentrum ist halt kein Platz mehr gerade für ihn. Ja, wobei er es außen teilweise auch schon ganz gut gemacht hat, gerade am Anfang der Rückrunde. Ja, das stimmt, aber der hat halt, ja doch, ja, der kann halt auch flanken und, ähm, die Standards sind jetzt stark von ihm. Ähm, aber so das, was Schwardorff zum Beispiel über den Flügel hat, das kann er nicht. Mhm. So, also dieses Tempo dann aufnehmen und, äh, Lücken reißen, das ist nicht so sein Spiel. Ja, ich bin auch mal gespannt, äh, zwischenzeitlich war er ja, äh, quasi fest, also, äh, feste Startspiele. Äh, jetzt waren wir ein paar Spiele draußen, mal gucken, was, was Rehm jetzt mit ihm in den nächsten Wochen anstellt. Ja, also Schipnowski hat sich jetzt nicht unbedingt empfohlen, das ist dann immer ein bisschen schwer, äh, zu beurteilen, ob es jetzt an ihm lag oder an der Mannschaft. Auf jeden Fall hat er zu oft in der Luft gehangen und, ähm, war nicht wirklich ins Spiel eingebunden. Mhm. Von daher ist so das, das rechte Mittelfeld noch so ein bisschen offen. Also der linke Verteidiger und das rechte Mittelfeld, das ist noch so, dass, wenn man da noch das gescheit positionieren, dann, äh, sieht's gut aus. Wobei rechts, da wundert mich ja, äh, dass irgendwie, wenn er gespielt hat, die, wo sie meistens auf der linken Seite war, ne? Weil letztes Jahr war er doch eigentlich meistens rechts, äh, ist ja auch ein Rechtsfüßer, wenn ich mich nicht täusche. Äh, von daher wundert mich, dass er dann meistens dann jetzt irgendwie auf links begonnen oder hat oder, oder dort eingewechselt wurde. War nicht Andrist rechts? Darin die Erklärung dafür. Nee, war nicht Andrist rechts und dir, wo sie links? Das stimmt auch wieder. Ja. Ich glaub, die haben öfter mal getauscht, aber auch dann die Seiten, ne? Aber tendenziell, ja. Die Start-Oftinung war Andrist rechts und dir, wo sie links. Das hat schon funktioniert. Vielleicht fehlt ihm Andrist, um richtig gut zu sein. Möglicherweise auch das. Aber nicht, dass er jetzt nach... Nicht, dass er jetzt nach Großasbach muss, ne? Warum? Äh, nicht Großasbach, ähm, Ahlen. Quatsch, Ahlen. Also Großasbach nimmt einige Ex-Spieler von uns, das stimmt. Ja, genau. Oder bewirbt dich als schwäbische Waldfee. Agi, die Waldfee. Auch schön. Das ist mal ein alternativer Sendungstitel. Ich inventiere mir das gerade mal. Agi, die Waldfee. So, können wir später nochmal abstimmen. Okay. Ja, gut. Sollen wir es mal bei den Spielen dabei belassen? Jetzt haben wir doch wieder viel länger drüber gesprochen, als wir eigentlich wollten, ne? Wie immer. Ja, wenn wir die Spielerkritik noch mit dazu geben. Ja, okay. Dann machen wir uns mal hier eine Marke. Und sprechen wir kurz über die Tabelle. Also, kurz noch eins zu Münster. Was natürlich auch noch kurios war, war, dass Gökern Gühl sich um seinen Einsatz gebracht hat. Ah, ja, natürlich. Indem er den, von dem er gerufen wurde, machte ich Fettisch. Dann hat er über den Platz die Abkürzung genommen, vom Schiri direkt die gelbe Karte bekommen. Und dann habe ich oben noch so gesungen gehabt. Ja, weil wir müssen ja immer gucken, wer kommt für wen, damit der von der Regie, das ist der Holger von der Regie, das eben auch einblendet und so. Und, ähm, wechselt er den jetzt noch ein oder nicht, wenn er jetzt schon gelb hat? Weil es war ja durchaus, ja, schon noch so, dass du im Mittelfeld im Zweifel nochmal einen Foul ziehen musstest, ne? Damit da nichts mehr passiert. Ja, und es sind noch zehn Minuten, ne? Ja, genau, dann hatte er dann auch direkt, äh, hatte Gühl dann doch Pech und kam nicht mehr rein. Stattdessen kam dann Schmidt rein, ne? Genau. Genau. Und, ähm, ja, was von meiner Sicht ganz cool war, war, also von Münster waren ja jetzt wirklich nicht viele Fans mit. Also 60 war ja, da war ja die ganze Südkurve da voll. Ja. Und Münster hatte ja nur so, ja, 150, 200, glaube ich, mit. Und, ähm, äh, der, also die Nordwand, die Nordkurve bei uns, die sah, äh, klar, da war immer noch, ist außen da nichts los, N5 und N8, aber so N6 und N7 war ähnlich gut gefüllt wie gegen 60, so von meiner Wahrnehmung. Nicht ganz so viel, aber es war schon ganz gut und vor allem waren die dann auch, ähm, hat man euch dann auch gehört. Mhm. Ähm, ähm, das war natürlich gegen 60 schwierig. Mich hast du wahrscheinlich nicht gehört. Ja, äh, ihr, die ihr da in N6 und N7 standet, ähm, klar, gegen, ähm, äh, 60 war das sehr schwierig, weil die einfach doppelt so viel im Stehblock waren, ähm, und natürlich auch sehr viel näher dran zu uns, aber das, das war einfach was, was ich, oder was generell positiv, ähm, war. Ja, ja, was generell negativ ist, ist, dass ihr mir so ein bisschen fehlt, ihr zwei. Oh. Haha, sehr gut. Was stand da irgendwie gezweifelt, aber nicht gebrochen, ne? Irgend so was in der Art. Ja, ich, ich hab ja vermutet, ähm, das ist irgendwie so ein Motto von so einer Studenten-Flatrate-Party oder so. Ich hab inhaltlich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das hat, das hat mich beschäftigt, weil ich hab ja so auch so genau gerade drauf geguckt quasi, das war ja genau gegen uns gegenüber. Äh, inhaltlich hat sich das, dürfte das ja, die Situation in Münster, die hatten sich doch da, diese Ultras hatten sich doch da aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Vereinsführung, glaube ich mal, aufgelöst und jetzt, oder den Support eingestellt und sind jetzt irgendwie wieder zurückgekommen. Und ich glaub, das hat bezog sich darauf. Wahrscheinlich. Meine ich. Ja, ja, schon klar. Ja, so dieses, äh, dieses während dem Spiel, äh, Quatschen und, äh, ja, das fehlt mir, äh, auch. Das mach ich natürlich jetzt oben mit den anderen Jungs, aber das ist natürlich nicht, äh, das Gleiche, oder? Das Gleiche, ja. Eins noch grad zu, äh, Stichwort Ultras und, und transparent. Äh, unsere Ultras von Supremus, wie heißt es denn, Supremus, die Lektion, ne? Mhm. Äh, die haben ein Zehnjähriges offensichtlich gefeiert und deswegen gab's eine kleine Choreo, beziehungsweise einmal die Blockfahne wurde, äh, am Start, äh, oder zum Anpfiff rübergezogen und so ein großes, so ein, ja, so ein Wimpel-artigen Banner haben sie da aufgehängt. Sah ganz gut aus. Also, nachdem, als ich's so später gesehen hab. Vorher konnte ich's natürlich nicht kennen, weil ich ja unter der Blockfahne stand. Und, äh, sah's von innen nicht gut aus? Doch, sah auch gut aus, aber, äh, war halt blöd, weil bis die Blockfahne weggezogen war, war halt schon angepfiffen und der erste Spieler von uns lag schon auf dem Boden, also, der erste Foul haben wir schon gleich verpasst. Naja, gut. Aber die Stimmung war gut. Ja. Ja, waren ja leider wieder nur 2000 Zuschauer, aber, ja, aber offensichtlich kommt jetzt das, ach so, noch, naja, jetzt muss ich auch noch eins ergänzen, Schipnoski war ja im, im Interview nach dem Groß-Aspach-Spiel, äh, da sagt er doch tatsächlich noch, wir gehen jetzt einfach wieder rückwärts durch. Ja, genau, wir gehen auch mal bis, bis zum Anfang, ja, da kannst du uns gleich nochmal irgendwie von deinem Ground-Hopping erzählen. Ähm, nee, der sagte ja doch irgendwie, äh, von wegen, ja, also, weil in Groß-Aspach waren's, glaub ich, nur 1500 Zuschauer oder sowas, sondern, ja, war ein bisschen, ein bisschen komisch, vor so wenig Leuten zu spielen, das hatten wir sonst nicht, also, außer bei unseren Heimspielen. Das fand ich schon ganz bitter irgendwie, aber ich glaube, er hat's gar nicht böse gemeint. Naja, es stimmt ja auch, also. Ja. Wer hat das gesagt? Schipi. Schipi, ja. Ja, wir sind, äh, ich hab mal geguckt, in, äh, laut Kicker sind wir nicht mehr Letzter, was die Anzahl der, äh, Zuschauer, der, der Zuschauer, der Gesamtanzahl der Zuschauer bei den Heimspielen angeht, allerdings hat Lotte auch noch ein Spiel weniger. Ja, also, ähm, dann sind wir dann nach wie der Letzte, aber, ich denke, wenn jetzt, ähm, mit, äh, den noch anstehenden Heimspielen, werden wir da zumindest nochmal zwei Teams hinter uns lassen. Jawohl. Wenigstens. Genau. Ja. Okay, genug. Dann, jetzt aber, sprechen wir doch mal kurz über die Tabelle, die sich nämlich wie folgt gestaltet. Auf Platz 1, äh, der, ja, immer noch recht souveräne Tabellenführer, VfL Osnabrück, auf Platz 2, mit vier Punkten Rückstand, äh, der KSC, und dann der SVW in Wiesbaden auf Platz 3, punktgleich mit dem hallischen FC. Und danach ist dann schon eine relativ große Lücke. Ähm, dann kommen dann irgendwie drei Teams mit 41 Punkten, Kickers, also Würzburger Kickers, Kaiserslautern, Rostock, und dann geht's dann weiter mit 60. Und Uerdingen, die mittlerweile bis dahin abgestürzt sind, 40 Punkte, und der Haringen-Mappen 39. Also da ist schon, hm? Achso. Der Haringen hat ja noch ein Nachholspiel, die könnten auf 42 kommen, wenn sie das gewinnen, aber da, die Lücke ist trotzdem da, ja. Genau, das ist, äh, morgen dieses Nachholspiel, ähm, das heißt, dann ist endlich mal die Tabelle dann wieder komplett gerade, wobei die uns jetzt nicht so sehr betreffen. Die Lücke, die sich da auftan hat. Dieses Jahr tut er locker eigentlich. Ja. Das stimmt, durch den Winter, ja. Aber die Lücke, die sich da aufgetan hat, das ist ja die DFB-Pokal-Lücke. Also der vierte Platz ist ja dann zumindest der Trostpreis des, der direkten, der DFB-Pokal-Qualifikation. Mit dem kennen wir uns ja aus. Ja, genau, also, ja, was auffällig ist, ist halt, Osnabrück ist halt sowohl in der, hin- als auch in der Rückrunde, oben dabei, ähm, sie haben das beste Torverhältnis, sie haben die beste Abwehr, also die wenigsten Tore kassiert, und, äh, der Heimtabelle, jetzt habe ich mal letztens geguckt, die haben 14 Heimspiele, 34 Punkte geholt. Und, der nächstbeste ist, sind 60 und Meppen, die in 15 Spielen 24 Punkte geholt haben. Also, das heißt, die haben satte 10 Punkte mehr geholt wie alle anderen. Ja. Ähm. Ja, nur ein Unentschieden, zwei Niederlagen zu Hause, ansonsten alles gewonnen. Ja. Das ist schon schade. Genau, wir haben ja eine, eine sehr gute Auswärtsbilanz auch, ähm, haben ja auswärts auch immer noch mehr Punkte geholt wie daheim. Ja. Bei einem Spiel, bei einem Spiel weniger, ähm, und, ja, aber gut, dadurch, dass Halle jetzt gestern gegen Rostock noch das Ausgleich kassiert hat, bleib mal vor ihnen. Genau. So, so, ja, da wird sich jetzt so die, die nächsten Spiele, die werden jetzt natürlich so richtige Krache. Äh, also, ja, wir können vielleicht gerade mal so zur Vollständigkeit, ja, wobei jetzt so der Abstiegskampf interessiert uns jetzt, glaube ich, an der Stelle eher nicht so, ne? Äh, das sind auch so die üblichen. Ja, kann man ja mal so arrogant sein, uns zu sagen, damit haben wir dieses Jahr nichts zu tun. Schon das zweite Jahr hintereinander, das ist ja auch sehr angenehm. Aber dieses Jahr wird es sehr viel spannender, was den Abstiegskampf angeht. Das stimmt, ja, bis jetzt. Das war es ja mit zwei Insolvenzen und, äh, ich weiß gar nicht, wer war das, Erfurt, Chemnitz, Bremen 2 und, oder sind nur drei abgestiegen, ne? Ja, genau, dass sie jetzt das erste Mal das Vier absteigen. Ja, Braunschweig hat sich halt rausgeschafft. Ja, gut. Erstmalig. Ja, wobei, wenn Cottbus jetzt das Nachholspiel gewinnt, wären sie wieder davor. Ja. Aber, ja. Da haben sie sich erstmal rausgeschafft. Aber ich meine, der Trend ist klar, äh, bei Braunschweig, die, die werden da auch noch rauskommen. Ja, also für Ahlen und Jena sieht's schon sehr schlecht aus. Ja. Allerdings. Hm. Und noch eins, äh, kurzes Ratespiel, es gab jetzt zehn Spiele in der Rückrunde, äh, wir haben das jetzt nicht vorbereitet, aber bitte einfach mal spontan jetzt sagen, wie viele Punkte mehr hat der SVW Wiesbaden gegenüber Uerdingen geholt in der Rückrunde? Ähm, schnell, schnell. Warte mal hin. 13. Nee, mehr. Noch mehr. Die haben ja jetzt nur, die haben kein einziges gewonnen. Ich glaub, die haben nur drei Unentschieden oder irgend sowas. Also wir haben 22 geholt in Uerdingen, drei. Ja, genau. Wir haben 19 Punkte mehr geholt in den zehn Spielen. Geil. Naja, genau. Oder warum hast du nicht so Statistiken? Ja, äh. Und sind jetzt immerhin neun Punkte vorhin. Genau. Aus zehn Punkten Rückstand jetzt neun Punkte Vorsprung gemacht, ja, das ist schon... Wenn die noch abschneiden, ey. Party bei mir. Also Uerdingen und Unterhaching sind wirklich in der Rückrunde am Abstiegsplatz. Das ist so schön. Das ist so wunderschön. Ja, und jetzt hat, ähm, wo wir grad bei Unterhaching sind, da hab ich heute gelesen, der, wie heißt der? Stefan Hain, glaub ich, ne? Das ist so der beste Torjäger bei denen. Der ist jetzt, äh, der hat sich verletzt und, äh, wird den Rest der Saison ausfallen. Also, da ist dann auch so ein bisschen die Tormaschinerie gestoppt. Ähm. Ich bin mal gespannt, auf welchem Platz die landen letztlich, die beiden. Hm. Die beiden mit ihrem gleichen Wappen, wo sie da die ganze Zeit untereinander stehen. Ja. Naja, gleich nicht, aber ja, beides so... Ja, wenn du so auf, auf, äh, die Kickertabelle im Handy guckst, dann... Das stimmt ja, so Miniaturformat, da sind sie schon sehr ähnlich, ja. Ja, wir werden das beobachten, ähm, also wie gesagt, äh, momentan deutet sich da jetzt so ein Zweikampf um den Relegationsplatz an zwischen uns und Halle, aber auch der zweite Platz ist jetzt noch nicht völlig, äh, utopisch, also fünf Punkte Rückstand bei noch neun Spielen, wenn's gut läuft, äh, können wir auch noch um direkten Aufstiegsplatz mitreden. Vielleicht klärt sich da noch was im März. Ja, genau, dann gucken wir doch grad mal auf die nächsten Spiele, ähm, als wir da hätten, wo hab ich sie denn hier, jetzt am kommenden Samstag, hab's grad schon erwähnt, Auswärtsspiel in Halle, das ist jetzt natürlich ein richtiges Spitzenspiel. Der dritte Samstag hintereinander, wo wir spielen. Boah. Das stimmt. Ne, stimmt gar nicht, eins, zwei, drei, vierte. Ja. Wobei, ähm, ja, die nicht alle gut waren, aber okay. Ah, ma, naja, wir schauen mal. Gegen Halle, ähm, gibt's auch eine interessante Serie, die hab ich schon mal vorbereitet. Wollt ihr hören? Hast du einen Jingle? Nee, ich hab keinen Jingle, aber in allen Spielen, äh, in denen wir gegen Halle geführt haben, und das waren immerhin sieben Stück, äh, die haben wir auch gewonnen. Mhm. Das heißt, ähm, das heißt, äh, wir müssen einfach nur gucken, dass wir möglichst früh irgendwie einen, einen Freistoß, äh, im Strafraum, äh, im Strafraum, ähm, provozieren, ähm, und dann stellen wir den Kuhn dahin und dann läuft das. Sollte die, wo sie, doch anfangen. Ja, oder, oder Schäffler muss ein paar Mal angespielt werden. Ja, ähm, die, hm, ich hatte jetzt kurz überlegt, ich hab das jetzt nicht vorbereitet, aber ich hab so das Gefühl, wenn wir einen Standard treffen, dann gewinnen wir auch in der Rückrunde. Hm. Das, also gegen, die Heimspiele waren auf jeden Fall, waren ja nur zwei Siege jetzt, Rostock und, äh, Münster, da war auf jeden Fall ein Standard dabei und in, 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 Cottbus und Braunschweig auf jeden Fall auch und in Groß-Astbach. Ja, da hatten wir ein paar Eckbälle auch, äh, bei den Spielen. Ja. Da hat er eigentlich, ich glaub einmal Dams und einmal Mockenhaupt oder irgendwas haben doch mal nach Eckbällen getroffen. Ja, also, ja, ja. Das kannst du ja nochmal ausarbeiten, bis zum nächsten Mal. Genau. Okay, ja, also, das, das ist der Samstag und danach heißt es gleich, äh, voller Fokus auf den Hessen-Pokal. Dann ist es nämlich endlich soweit. Nächste Woche Mittwoch 19 Uhr in Dreieich Halbfinale im Hessen-Pokal. Und jetzt gibt es eigentlich... So ein leicht unschönes Déjà-vu in Richtung letztem Jahr. Ja, das war auch Halbfinale. Die wichtigen Spiele und dazwischen das Halbfinale sind mit der B-Elfte angetreten, haben uns wegschießen lassen von Steinbach und haben, glaube ich, die Spiele drumherum auch verloren. Ja. Das sollte nicht nochmal passieren. Lassen uns auf gar keinen Fall wegschießen. Ja, so Dreieich steht jetzt zumindest in der Liga jetzt auch nicht so super da. Ich glaube, die sind da auch in der Regionalliga im Abstiegskampf. Haben nicht so viele Tore geschossen. Also das wäre dann schon arg bitter, wenn wir von denen jetzt irgendwie gleich mehrere Tore bekämen. Aber gut. Also Dreieich ist das Vorletzte. Ja. Sag ich. Umso peinlicher wäre es. Aber gut, Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? So. Also. So. Ihr guckt auch, ihr hört auch regelmäßig 390, oder? Äh, 390. Doppelsechs. 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 Ich denke, dass du da, ähm, jetzt wirklich viele Spieler hast, die, ähm, die du bringen kannst, aber, ähm, nicht 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 musst sollte auch ein ich meine klar, du hast jetzt Halle und Karlsruhe und dazwischen den Hessen-Pokal, da wird er ein bisschen rotieren Ja, also ich bin gespannt wie sehr ganz ehrlich, also weil letztes Jahr ist ja dann doch relativ schief gegangen Also ich sag mal, da werden mindestens fünf Wechsel gegenüber dem Spiel in Halle werden da passieren Und zwar die beiden Flügel im Sturm, einer von beiden mindestens im zentralen Mittelfeld, da wird sicherlich dann Lorch und Gülle oder irgendwas spielen Das denke ich auch Also ich denke mal fünf bis sechs Wechsel, vielleicht sogar auch ein Torwart mal gucken, ob da mal Watkowiak ran darf Ja, aber das werden ja jetzt abgesehen vom Torwart keine, die jetzt lange nicht gespielt haben oder so? Nö, aber das sind alles welche, genau Du kannst dann halt, ich meine in der Innenverteidigung Die Innenverteidigung wird er vielleicht so stehen lassen Ja gut, vielleicht kommt Reddemann Könnte auch sein Ja, also einer Einer wird spielen Er wird jetzt nicht mit Modica und Reddemann spielen, denke ich mal Das vielleicht nicht, aber vielleicht Reddemann auf links Weil Wachs ist ja auch gerade verletzt Der hat sich irgendwie Ja, wobei der Linksverteidiger, weil da Minzel ja jetzt wieder fit ist Da denke ich mal Einer wird Karlsruhe und Halle spielen Und der andere im Pokal Je nachdem, wen er da jetzt für stärker hält Und dann Ja, wie du sagst, also Gülle und Lorch im Zentrum Und dann kannst du Schmidt wieder spielen lassen, wenn der vorher nicht spielt Und Wie gesagt, auf außen hast du genug Das ist kein Problem Hansch kann auf Anfang Und Genau Vorne Hansch Und Brand steht da vielleicht mal wieder Oh ja, genau Der war in letzter Zeit noch nicht mal mehr auf der Bank Genau Ja, und dann solltest du da trotzdem Oder du spielst halt so, dass du in der ersten Halbzeit Wenn du noch einen Besseren Ding spielst Dass du guckst, dass du das Spiel klar ziehst Und dann Halt in der Pause ein paar Mal wechselst Ja, aber wie ist das, ich glaub das noch Nur eine Mischung wird er finden, denke ich Und Ja Gut Wir werden's sehen Wir werden noch vor Ort sein Also ich zumindest Sonja, du auch, ne? Ich hab's vor, ja Ja, und Michael, wie schaut's bei dir aus? Äh, ich sehr wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht, okay Dann Was ist da los? Mal gucken, vielleicht Vielleicht sammeln wir ein paar O-Töne dann ein Das machen wir gern beim Hessen-Pokal Hauptsache nicht von mir Also unsere eigenen Wir gucken mal, was wir machen Ob wir vielleicht irgendwie In einem kleinen Special drumherum basteln Oder Ja, werden wir sehen Übrigens, äh, der Mögliche Finalgegner wird grad ausgespielt Ach, die spielen heute schon? Die sind in der Verlängerung Baunatal und Gießen Ah Okay Ja, hoffentlich Äh Ja, eigentlich ist mir's egal Aber Bei Baunatal, da besteht ja dann die Gefahr Dass dann irgendwie das Das Endspiel dann auch so weit weg wäre Bei Gießen wär's zumindest schon mal deutlich näher Vermutlich Vermutlich Naja, wollte ich grad sagen Weißt du nie Wir sind ja auch schon mal für Ja, nach Haiger gefahren Um gegen Ortbach zu spielen Ja Was spielen die beiden? Wir haben auch in Marburg gegen Kassel gespielt Oder wie auch Ja gut, das ist ja ungefähr halber Weg Das ist ja noch irgendwo Äh Akzeptabel, fand ich Aber gut Was spielen Baunatal und Gießen? Was spielen Baunatal und Gießen? Spielen die Hessenliga? Beides Hessenliga Gießen ist der Tabellenführer Aha FC Gießen, das ist jetzt der Nachfolger von Watzenborn oder sowas? Watzenborn, ja Also die haben sich jetzt da umbenannt Vor einiger Zeit, ne? Ist das nicht so? Ja Oder ist das Das ist nicht Das ist nicht der VfB Gießen Die jetzt irgendwie anders heißen, ne? Oder sind die gefusioniert oder sowas? Wissen wir das? Kann man das mal nachgucken Was ist denn hier überhaupt los? Ne, ich meine Der FC Gießen ist Äh Watzenborns Nachfolger Genau Watzenborn Steinberg Ähm SC Teutonia Watzenborn Steinberg Wurde im Zuge der Aufnahme der Herren Fußballmannschaft Des VfB Gießen Aha Zum 1. Juli in den FC Gießen umbenannt Das heißt, die haben den VfB Gießen da irgendwie verschluckt Okay Also Doch so ein bisschen Eine Fusion Die spielen gegen Baunatal Ich gucke mir gerade die Hessenliga an Gießen hat 60 Punkte Baunatal 36 Und Baunatal ist Sechster Okay Also Dezent Der Held ist auch klargerückter Ähm Oh der ganze Verein heißt hier Achtung FC Gießen 1927 Teutonia Schrägstrich 1900 VfB Punkt EV Das ist einbrichsam 26 gegen 27 Wär das dann Ja Wär das dann Gut Warten wir mal ab Die sind ja in der Verlängerung Wir können ja gleich noch live berichten Wie es ausgegangen ist Wir nehmen so lange auf Bis es durch Ja Bis es fertig Ja Okay Lass uns mal weiter die Die nächsten Spiele angucken Dann also nach dem Hessenpokal Dann wieder sonntags Heimspiel Gegen den Karlsruher SC Äh ich sag jetzt schon mal Achtung An dem Tag Tag oder in der Nacht Vorher wird Auf Sommerzeit umgestellt Nicht dass ihr zu spät Zum Anpfiff kommt Wer würde denn sowas machen Wer würde denn sowas machen Nur ein völliger Trottel Käme zu spät zum Spiel Ähm Ja Ist schon gemein Ausrichter Den Tag Ich muss ja eh Zwei Stunden vorher da sein Ich bin schlimmstenfalls Eine Stunde vorher da Kriegen wir hin Ähm Genau Dann Heimspiel gegen Karlsruhe Da wird das Stadion Sicherlich gut gefüllt Und Äh Ja Ich sag mal Im ganz idealen Fall Könnten wir da Mit denen Um den zweiten Platz kämpfen An dem Spieltag Aber Das ist jetzt natürlich schon Ein bisschen Sehr optimistisch Aber gut Wer weiß es nicht Gut Karlsruhe spielt jetzt glaube ich Gegen Rostock Kann das sein Ja Da hast du ja auch noch Nicht automatisch gewonnen Genau gut Wir müssen erstmal Auf uns gucken Klar Äh Ja klar Aber ähm Ja Mal gucken Jetzt gucken wir erstmal Dass wir Die spielen ja noch parallel Das ist doch schön Mhm Und Osnabrück muss nach Lautern Lautern ist jetzt mit Da auch noch ganz so schlecht Ja ja die haben sich auch Ziemlich gefangen Ja Ja das sind da ein paar Interessante Spiel Absolut So und dann Äh Danach geht es dann Auswärts in Zwickau Weiter Das ist dann eher so Das andere Ende der Tabelle Aber vielleicht Nehmen wir dann auch schon Nach dem Karlsruhe Spiel Wieder auf Weiß ich heute noch nicht so genau Aber das könnte hinkommen Ja Noch werden Weil ja noch Köln und Lautern Kommt Das ist beides recht nah Ja Mal gucken Okay Dann Äh Schließen wir mal hier die Vorschau Auf die nächsten Spiele ab Und gucken weiter Äh ja Die Westtribüne Äh Da hat ja jetzt Vor einer guten Woche Der Rückbau Begonnen In dem Sinne Dass zunächst mal Erstmal alle Sitze Losgeschraubt wurden Noch nicht gleich Alle los Gemacht Weil da fehlte noch Irgendwie der Container In den die Eingelagert werden können Das hast du ja auch Nochmal schön Am Samstag Der Tribüne Erklärt Micha Ja Das war jetzt Nicht mein Auftrag Aber Ich dachte mir so Ja wenn ich dann sage Okay die Die Fans haben geholfen Da die Sitze abzumachen Und dann fehlen 200 Sitze Nicht mal Ich weiß nicht War vielleicht 50 Sitze Abgeschraubt oder so Nein in dem einen Block War nur noch das B Von Britta zu sehen Die weißen Die ganzen blauen Sitze waren da weg Aber So insgesamt Deshalb dachte ich Sage ich da nochmal was dazu Ja Und es war auch so Dass dann Dass ich da Gerade so in die Richtung Wo ich geguckt hatte Da ein paar auch Irgendwie so in die Richtung Was gesagt hatten Und die hatten dann Direkt drauf reagiert Und das habe ich jetzt Nicht für die gesagt Sondern generell Aber es hat dann gerade Ganz gut gepasst Ja Hast du auch nochmal schön Hier dieses Alle Tribünen grüßen Und alle Fans Auf der Westtribüne Das mache ich ja Generell nicht Aber ich habe Habe mich dann Verbeugt Ja Vor denen Und mich im Namen Des Vereins halt Bei allen Helfern bedankt Und Ja Genau Ja also Wir hatten ja letzte Woche Uns mit dem Geschäftsführer Oder einem der beiden Geschäftsführer Des SVW in Wiesbaden Und Auch einem der beiden Geschäftsführer Der Stadion Betriebsgesellschaft In Personalunion Von Herrn Dr. Bröckel Unterhalten Wie gesagt Das könnt ihr auch Gerne noch nachhören In der letzten Podcast Episode Ist ungefähr eine halbe Stunde lang Das Gespräch Aber so die wichtigsten Punkte Würde ich jetzt gerade nochmal kurz Hier ergänzen Oder Also Oder hier nochmal Aufführen Die jetzt nicht Da in den FAQs Genannt wurden Auf der Homepage Weil manche Sachen Da muss man doch nochmal Genauer nachfragen Was da so So rauskam Wehe du beginnst Nicht mit dem Pommes Die wollte ich mir Für den Schluss Aufheben War das jetzt Mein Teaser Genau Also Da gibt es Unterschiedliche Varianten Je nach Liga In der zweiten Liga Da brauchen wir Viele Stehplätze Um dieses 15.000 Zu erreichen Das heißt Dann gäbe es nur Den Gästesitzplatzblock An selber Stelle Wie bisher Und der Rest wäre Stehplätze Wenn wir in der dritten Liga bleiben Dann wird wieder Komplett bestuhlt Und dann sind es dann auch Sogar insgesamt Weniger Plätze Als bisher Nämlich glaube ich 2.800 Während es momentan Irgendwie 3.600 sind So habe ich das jetzt verstanden Das heißt Für den Fall Dass wir nicht aufsteigen Wird sogar die Kapazität Eigentlich kleiner Als bisher Oder Der Gästesitzplatzblock Muss dann noch Dazugerechnet werden Zählen Dass wir ja irgendwie Erst mal nachfragen Was ist denn mit den Gästen Und so Und dass er das dann ja auch Recht spät erst ergänzt Von daher bin ich mir Bei der Zahl Mit diesen 2.800 Nicht ganz sicher Ob da der Gästeblock Noch dazukommt Oder nicht Aber Grundaussage ist jedenfalls In der dritten Liga Wird es ungefähr aussehen Wie bisher mit Sitzplätzen Und in der zweiten Liga Haben wir da viele Stehplätze Dann Für die zweite Liga Müsste Oder zumindest Würde man gerne Dann wohl den Innenraum Etwas vergrößern Also auch die Die Westtribüne Die wird auch ein paar Meter Weiter Nach hinten gerutscht Also nicht Die Süd Nee also erstmal Die Westtribüne Die jetzt neu gebaut wird Die kommt auf jeden Fall Weiß nicht Ich glaube Drei oder vier Meter Oder irgendwas Weiter nach In Richtung Westen Aber man hat ja auch Ein bisschen mehr Platz Weil Diese Kioske Die braucht man ja dann nicht mehr Die sind ja dann quasi Unter der Tribüne Und deswegen hat man da Im Umlauf dann auch wieder Den entsprechenden Platz Um das ein bisschen zu verschieben Und auch die Die Südtribüne Würde man auch Versetzen wollen Dann ist dann die Frage Ob man dann Sagen wir Diese Stahlrohrtribüne Tatsächlich dann abbaut Vier Meter oder fünf Meter Nach hinten schiebt Und wieder aufbaut Oder ob man dann Gleich sagt Okay Jetzt sind wir in der zweiten Liga Da bauen wir hier gleich weiter Das ist offensichtlich Noch nicht ganz Ganz klar Aber das ist auf jeden Fall Auch was Was angedacht ist Und langfristig Ist auch die Osttribüne Zumindest So Masterplan Hat man da Vor Die durch Eine feste Bau Zu setzen Da um mehr Wie sagt man so Hospitality Plätze War glaube ich Der Begriff Der gefallen ist Davon hätten sie gerne mehr Also sprich So Business Sitze Die Die ein bisschen teurer Verkauft werden können Und dann vielleicht auch Das ganze Funktionsgebäude Da mit Mit Büros Und Logen Und Kabinen Und so weiter Ob das dann vielleicht Dann halt auch festgebaut würde Ja Von der Nordtribüne War überhaupt keine Rede Also die scheint Wahrscheinlich am längsten So zu bleiben Wie sie jetzt momentan aussieht Ja Aber ich glaube Wenn man drei Betontribünen hätte Dann Würde man wahrscheinlich Auch die vierte Irgendwann bauen wollen Wahrscheinlich ja Aber das ist dann wahrscheinlich Wirklich nur so ein Ding Wenn man tatsächlich Dann mehrere Jahre In der In der zweiten Liga wäre Vorher ist es Ja aber er hat ja auch Deutlich gesagt Dass sie diese Vision ja haben Ja klar genau Das ist ja auch einfach Als festes Stadion dann sein soll Und nicht dieses Provisorische Bei dem wir schon In unseren ersten Podcast Folgen gesagt haben So Könnte eigentlich jemand Über Nacht kommen Und das alles wegbauen Ja genau Und Man hat ja da auch Vor anderthalb Jahren Dann einen Neuen Nutzungsvertrag Mit der Stadt Wiesbaden Abgeschlossen Über 30 Jahre Das heißt Der SVW In wird die nächsten 30 Jahre An diesem Standort spielen Und da kann man sich Ja auch gemütlich machen Dann Ja Es sei denn Eines Tages Vielleicht jetzt nicht Gerade in den nächsten Drei Jahren Aber irgendwann mal Stiege der SVW In Wiesbaden In die erste Liga auf Dann wird es nämlich eng Das hat Dr. Bröckel Genau Die werden dann Die werden dann Vorgeschrieben Das heißt Da sind die Anforderungen Auch nochmal höher Das heißt Das lässt sich Also erste Liga Lässt sich da Auf jeden Fall Nicht realisieren Aber gut Aber es beruhigt mich Dass sie das Schon mal durchdacht haben Zumindest theoretisch Haben sie wohl Schon mal drüber gesprochen Also man denkt Kam uns ja auch In dem Interview so vor Du fragst so viel Hypothetisch Und es geht ja alles So dreht es ja alles Um so einen möglichen Aufstieg Von dem du auch lange Nicht weißt Steht der fest Und als wir das Interview Vor einer Woche geführt haben Waren es fünf Punkte Rückstand Auf Platz drei Jetzt sieht es wieder Deutlich besser aus Und müssen sich natürlich Die müssen sich da Intensiv mit beschäftigen Ja Was am Ende so kommt Oder nicht Genau Kann man vielleicht auch dazu sagen Fand ich sehr angenehm Und auch Man wusste wirklich Also der Herr Bröckel Weiß wovon er spricht Der hat auf alles sofort Die richtige Ja also ich meine Es ist jetzt nicht so Dass jetzt irgendwo Oh da muss ich mal überlegen Oder sonst irgendwie So irgendwelche Phrasen Oder sowas Sondern das waren wirklich Klare Präzise Antworten Das hat mir sehr gut gefallen Fand ich sehr angenehm Ja mir auch Also ich habe ja auch noch einen Text draus gemacht Jetzt für hessenschau.de Und ich muss sagen Aber für mich ist immer noch Irgendwie die Überschrift Über dieser ganzen Nummer Dass es irgendwie absurd ist Eine Heimtabelle Die schlechtesten zu sein Also mit gut 2000 Zuschauern Und du musst aber Dieses Stadion ausbauen Ja Ich finde das immer noch absurd Irgendwie Also Verein muss sich ja auch so vorkommen Bröckel würde das wahrscheinlich Nie zugeben Also er hat sich ja nicht mal Irgendwie Frust einreden lassen Dass sich das über Jahre Hingezogen hat Bis sie überhaupt anfangen konnten Der bleibt da glaube ich Sehr ruhig Aber es ist Schon irgendwie seltsam Das kann man auch kaum Einem irgendwie nach draußen Erklären So eher Die haben nicht viel Zuschauer Die da kommen würden Aber sie müssen Größere Kapazitäten haben Gut In der zweiten Liga Wäre es natürlich auch Was anderes Gut aber da würden auch Nicht jedes Mal 15.000 kommen Nicht jedes Mal Aber ein paar Mal wahrscheinlich Und gut Das ist halt generell Diese Frage Mit den Anforderungen Durch die DFL Der Bau jetzt Der neuen Tribüne Ist jetzt auch nicht nur Der reinen Kapazität geschuldet Sondern halt auch Ein wesentlicher Punkt Das sind ja da Die Kameraposition Und das sind halt so Anforderungen Die halt so Übers Fernsehen Durch die DFL Halt an die Vereine kommen Ja gut Aber grundsätzlich Dafür musst du ja nicht Die ganze Tribüne neu bauen Ja gut Das wäre mit der Tribüne Wäre das jetzt zum Beispiel Gar nicht gegangen Da eine Zweitliga Konforme Kameraposition Ja genau Weil da die Pfosten am Weg sind Und du kannst die Kameras Dann gar nicht so weit Müsstest du quasi In die oberste Hinterste Reihe stellen Damit du so die Die offizielle Entfernung Dann da hast Wie sie es gerne hätten Oder müsstest du Aufs Dach montieren Oder sowas Ja Aber es ist auch viel besser Wenn du eine richtige Tribüne hast Wie halt immer nur Dieses Stahlrohr gedösen Ja ja na klar Also an sich Natürlich Da sind wir uns ja alle ein Ja genau Ja und so viel mehr Zuschauer sind es ja gar nicht Richtig Also es ist ja Klar Jeder der über den Verein Lästern will Für den ist das ein Gefundenes Fressen Wenn der halt sagt Jo jetzt bauen sie noch Stadien aus Weil der platzt ja Aus allen Nähten Aber Ja Ja Es wird jetzt gemacht Und Genau Und dann schauen wir weiter Es wird bestuhlt Und entfluchtet Und Genau Was allerdings Wohl nicht kommen wird Sind Pommes In den Kiosken Das Problem ist Noch nicht mal Jetzt irgendwie So dieses Brandschutzthema Wie wir es mal Irgendwie gehört Oder vermutet hatten Sondern Man Wenn man da irgendwie Fritteusen hat Oder sowas Braucht man Fettabscheide Und Fettabscheide Sind wohl ziemlich teuer Sagt er Von daher ist das Momentan nicht vorgesehen Weil sie eh schon ein bisschen Über dem ursprünglichen Budget sind Wenn ihr sowas daheim habt Könnt ihr das anonym Vor die Geschäftsstelle stellen Ich glaube Ein Fettabscheide In Imbissgröße Hat möglicherweise Nicht zu Hause Zu Hause Aber Aber wie machen das Dann andere Vereine Ich Ich bilde mir ein Zum Beispiel Irgendwie hier Am Bornheimer Hang Hatten die nicht auch Pommes da in den Kiosken Ich glaube schon Sogar ganz gute Und hatten die das Nicht auch sogar In diesen Kiosken Da hinter der Gästekurve Und das sind jetzt Noch keine großen Fest installierten Irgendwie Ich kann mir kaum vorstellen Dass die da einen Fettabscheide Da drin haben Die hatten auch Bier in Ein Liter Bechern Ja So Alter müssen wir doch mal nachfragen Wir gehen jetzt alle dahin Und sind jetzt nicht mehr Wehenfans Ne Um Gottes Willen Aber Wir haben Pommes und Bier In einem Literbecher Okay okay Gut Ihr habt mich überredet Ja Dann Ähm Noch ein Punkt Den ich interessant fand Wir hatten ja mal Auch schon mal davon berichtet Dass die Wie heißen die VSG Oder VGS Ich hab's vergessen Alt Klinecke Ein Ein Regionalligist Aus Berlin Äh Dass die wollten Eigentlich die Alte Tribüne kaufen Äh Weil die bei sich Ausbauen wollten Eben weil sie halt Letztes Jahr in die Regionalliga Aufgestiegen sind Äh Das war wohl auch schon irgendwie Das war wohl auch schon irgendwie mit denen Verhandelt Aber jetzt haben die keine Baugenehmigung bekommen Äh Äh Die haben ja immer für sowas Äh Und bauen wohl gerade irgendwie in Karlsruhe und in Kiel Da die Übergangslösung Und äh 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 Auch sonst Die bauen ja ständig irgendwie so für Keine Ahnung Für irgendwelche Autorennen Oder Konzerte Oder sonst irgendwas Bauen die solche Solche äh Temporären Tribünen Von daher werden die da für das Für das ganze Material der Verwendung haben Da kann es ja als Groundhopper sein Dass man in verschiedenen Stadien auf demselben Sitz gesessen hat Ja Dass Oder auf derselben Stufe steht Ja Kann passieren Mal gucken ob denn da noch irgendwie Aufkleber dran sind Darf man ja nicht Ja So Gut Zum Abschluss Äh Des Gesprächs Hast du Sonja Ihn ja noch nach der Eintracht gefragt Ähm Weil er ja jahrelang Natürlich auch bei der Äh Bei Eintracht Frankfurt Im Vorstand tätig war Und da hat er noch einen interessanten Punkt aufgeworfen Den würde ich jetzt gerne hier nochmal kurz zur Diskussion stellen Meinte er Augen haben sehr geleuchtet Das wollte ich noch dazu sagen Ja Äh Er sagte so von wegen Äh Klar freut er sich natürlich mit der Eintracht Das äh Darf ich auch gerne Und er glaubt aber auch Dass so die Die Eintracht sozusagen als Zugpferd Irgendwie für die Region gut ist Also für den gesamten Fußball in der Region Äh So quasi so im Ja Äh Das 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 Flaggschiff Äh Eintracht Frankfurt voran Und dann halt so die kleineren Vereine Wie jetzt Äh Darmstadt oder Wien Sozusagen dann im Äh Ja Wie hat er gesagt Segelt dann so im Fahrwasser Oder irgend sowas Ist das wirklich so Äh Glaubt ihr dass das Dass uns das hilft Wenn Eintracht Frankfurt erfolgreich ist Oder im Gegenteil Nehmen die noch mehr Aufmerksamkeit Von anderen Vereinen aus der Region weg Oder ist es völlig egal Also ich hätte da ganz gern mal Zahlen irgendwie dazu Ich weiß nicht ob man sowas irgendwie erforschen Belegen kann Weil aus meiner persönlichen Sicht Kann ich mir das tatsächlich so vorstellen Wie er das sagt Also bei mir war es früher auch so Dass ich halt immer die Eintracht toll fand Auch als ich ein Kind schon war Aber dann auch immer Bock hatte mir einfach irgendwo Live Fußballspiel anzugucken Und das konnte dann auch Mainz 05 im Abstiegskampf der 2. Liga sein Hauptsache ich war live im Stadion bei einem Spiel Und also Dass du Grundsätzlich Eine größere Fußballbegeisterung hast Als wenn es jetzt nichts in der Region gibt Was irgendwie erfolgreich ist Das glaube ich schon Vielleicht Muss der SVW aber auch dann ein bisschen daran arbeiten Diese Leute dann auch Ins Stadion zu holen Also Ich glaube schon Diese Fußballbegeisterung Die kann sowas entfachen Klar Ja andererseits Hast du natürlich auch so Beispiele Wie jetzt meinetwegen Würzburg Da ist glaube ich im Umkreis von 100 Kilometern Kein anderer Das nächste ist halt irgendwie Frankfurt in die eine Richtung Und Nürnberg in die andere Und die profitieren davon Dass sie ja glaube ich Alleine auf weiter Flur sind Ansonsten würden da vielleicht So auch nicht so viele Leute In die 3. Liga kommen Also ich würde mal sagen Dass Der Erfolg oder Misserfolg Der Eintracht Auf uns jetzt nicht so Also auf unsere Zuschauerzahlen Nicht so großen Nicht so große Auswirkungen Hat weil Sag mal so Wenn es bei der Eintracht Jetzt nicht so läuft Dann sagt ja jetzt keiner Oh da gehe ich jetzt aber lieber Jetzt bei Eintracht Habe ich keinen Bock Da gehe ich lieber Zum SVB in Wiesbaden Also Sag mal die Eintracht-Fans Die gehen eh hin Wenn überhaupt Hilft dir Erfolgswelle der Eintracht Weil es dann vielleicht Schwieriger ist An Tickets zu kommen Aber sagt dann jemand Oh Mann Die Eintracht spielt so tollen Fußball Und Aber da ist jetzt ständig Das Stadion Und das ist verkauft Na dann gehe ich halt nach Wehen Sag das Ich glaube es spielt Keine große Rolle Ja Ich weiß dass es Viele gibt Die sowohl Wehen Als auch Eintracht-Fans sind Richtig Ja haben wir auch Bei uns im Block Ich meine Oder auch wie jetzt Micha und ich Die von Hause aus Oder von klein auf Bayern-Fans sind Und halt Wehen-Fans Haben ja auch viele Also die meisten glaube ich Haben eigentlich Einen Bundesligisten Oder sowas noch Als Erst- oder Zweitverein Vielleicht bist du eher Beim Thema Fußball Drin Wenn es halt Bei beiden Vereinen läuft Während du dich dann Also ich jetzt nicht Aber andere vielleicht Die dann sagen Wenn es jetzt nicht so läuft Na ja das ist mir jetzt Auch nicht ganz so wichtig Gerade Also Aber Ja Also ich glaube letztlich Was bei uns halt Entscheidend ist Und ich hoffe Wir haben jetzt so ein bisschen Die Talsolle da durchschritten Was das Zuschauerinteresse angeht Also im Verein Das kriege ich ja jetzt Ganz gut mit Tut sich halt schon Einiges Gerade seitdem der Niko Schäfer Da ist Und jetzt halt auch Der Jörg Bock aus Karlsruhe Die haben gute Ideen Und gucken dass sie so Schritt für Schritt Was ändern Ja also zum Beispiel Jetzt die Musik Wurde ja geändert Sprich also Dass die Jetzt nicht das eine Lied Sondern generell Als die Musik Die als Zwischenfüller Da läuft Da wird jetzt schon Darauf geachtet Dass das alles So ein bisschen Passt Und so ein bisschen Ja halt Aber das merken ja nur Leute Die schon im Stadion sind Ja das läuft ja dann auch In der Pause Oder halt Ja ja klar Ja aber Ja das läuft in der halben Stunde In der halben Stunde Vorm Spiel dann vor allem Aber davon Davon holst du jetzt Niemand Neues Jetzt ins Spiel Das Stadion Ne aber du Natürlich kommt keiner Wegen dem Vorprogramm Aber das sind halt alles So kleine Kleine Bausteine Wo du halt sagst Okay Vielleicht kommen dann Ein paar Ein bisschen früher Oder Man denkt Also es sind Natürlich Es kommt Letztlich kommen die Leute Die meisten werden erst In der zweiten Liga Wieder kommen Ja aber Du kannst jetzt Als Verein Du kannst es versuchen Das zu verbessern Und Die Mannschaft Spielt ihren Fußball Und Mehr kannst du halt Auch nicht machen Aber ich glaube Da wurde vielleicht So in den letzten Jahren Hätte man Ja das lief halt Immer irgendwie so weiter Und Dann wurden immer Mehr Eingänge zugemacht Und dann wurden Die Schlangen länger Und dann wurden Die Kassenhäuschen Nicht modernisiert Dass es ewig dauert Und Dann ist auch Nicht wirklich was passiert So vorm Spiel Und warum sollte man Dann kommen Und Ich glaube das sind So mehr so die Aspekte Dass man einfach Guckt Dass es so ein bisschen Ja dass da ein bisschen Mehr Pepp hinter drin ist Sowohl Aber entscheidend Klar entscheidend ist Wie die Mannschaft spielt Und ob man dann Aufsteigen kann oder nicht Und wie attraktiv Der Gegner ist Das ist einfach so Also was ich tatsächlich Positiven Ansatz Fand aus dem Interview War das was Bröckel sagte Mit Dass sie tatsächlich Auch in der Übergangsphase Alle Spiele versuchen wollen In Wiesbaden auszutragen Auch wenn es irgendwie Pokalspiele mit Attraktiven Gegnern sind Weil sie die unbedingt Daheim spielen wollen Also das ist glaube ich Auch der Ansatz Wenn du die Leute Dass du es halt schaffst Die einmal herzulocken Und dann hoffst Dass sie wiederkommen Das halte ich tatsächlich Für einen guten Ansatz Als wenn du sagst Ja wir gehen da jetzt Irgendwie nach Mainz oder Frankfurt Weil dann Das sind dann Leute Die kriegst du dann auch Nicht in Wiesbaden Stadion Ja genau Okay Würde ich sagen Genügt uns mal An der Stelle Jetzt habe ich noch Ja so im weitesten Sinne Rund ums Stadion Noch eine News Als Hansa neulich da war Da hat es ja mal Da irgendwie Hinter der Südtribüne Gebrannt Die Feuerwehr war auch da Und sie haben da Irgendwie die Toilette Wohl gelöscht Da hat irgendein Fan Ein Hansa Fan Die wohl abgefackelt Und da muss jetzt Hansa 2000 Euro Strafe zahlen Fand ich relativ wenig Also ich meine Ich hoffe sie haben Die Toilette auch ersetzt Oder wie ist das Weißt du was Micha Das weiß ich jetzt nicht Aber das war auch Meine Frage Also Die Frage Also die Frage An wen das Geld geht Geht das an uns Oder Strafe klingt irgendwie Strafe Geht an den Verband Würde ich so verstehen Wir stehen da Mit der kaputten Toilette Ja gut Vielleicht haben sie Haftpflichtversicherung Oder so Okay Gut Dann Belassen wir es dabei Jetzt Kommt hier grad Die Info Baunatal Hat Im Elfmeterschießen Gegen Gießen Gewonnen Genau Okay Das heißt Wo habt ihr das denn Wo Auf welcher Seite Seid ihr denn da Ich bin hier grad Auf WhatsApp Die Gießener Anzeige Hat es getwittert Bei Baunatal Spielt die Nummer 9 Thomas Müller Oh Gefährlich Nur mal so Okay Dann mag ich ihn nicht Du jetzt wieder Dann Kommen wir jetzt Zu unserer beliebten Rubrik Für die ich leider Immer noch kein Jingle habe Das muss ich mal ändern Muss ich mal dran setzen Neues aus Würdingen Gibt natürlich Badauz Müsst mir eher so einen So diesen Badumz Dieses Oin 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 Ja oder so Ja das wäre auch gut Okay Jetzt gucke ich doch noch mal Habe ich hier nicht Irgendwas Wart mal Achtung Hier habe ich doch noch Eingeräusche Das könnte vielleicht noch Funktionieren Neues aus dem Zirkus Irgendwas mit Spielothek War es glaube ich Für mich wird es immer Die Esprit Arena bleiben Ja genau Und die zahlen da Angeblich über 16 Millionen Euro Miete War das pro Saison Wirklich Ich glaube die zahlen Mehr als Fortuna Ja das auf jeden Fall Genau Aber das ist ja Eine Riesenzahl Oder ist das Ich weiß gar nicht Also auf jeden Fall Schon enorm Na gut Sie haben es ja Ja Wird sich Duisburg Sehr freuen Duisburg wird sich freuen Da war nämlich jetzt Nach dem letzten Wochenende Weil war das Freitagabends glaube ich Hat Hat Uerdingen gespielt Und das hat ja geschüttet Und danach war dann Der Platz unbespielbar Und deswegen ist das Spiel Jetzt MSV Duisburg Gegen 1. FC Köln Abgesagt worden Und musste verlegt werden Ja Da freust Du Dich doch Wenn Du im Abstiegskampf steckst Und dann hast Du Da kriegst Du auch Eine englische Woche Reingedrückt Wegen dem Scheiß Ja Und Köln ist Obwohl sie nicht gespielt haben Trotzdem Tabellenführer geblieben Auch gut Ja Dann Natürlich noch viel besser Sie haben Norbert Mayer schon wieder entlassen Was heißt besser Also Hab jetzt nichts gegen Mayer persönlich Aber das Hat doch eine super Serie gestartet Ja Die Show muss weiter Gehen auf Wiedersehen Ja genau Absolut Das Hätte meinetwegen Hätte das auch noch Eine Weile Aushalten können Also Der hat Vertrag auf Lebenszeit Den Verein Ganz klar in die richtige Richtung gelenkt Was hat er jetzt gehabt Jetzt Richtigkopf Wie lange war der jetzt da Sieben Spiele Sieben Spiele Keins gewonnen Keins gewonnen Ja Aber er geht Erhobenen Haupt Ja immerhin Ja weil er keinen Kopfstoß Von irgendwem gekriegt hat Ja Albert Streit war nicht in der Nähe Ja Und noch besser ist ja jetzt Was der neue Trainer gesagt hat Ja Was hat er gesagt Also das ist ja Wenn ich das richtig verstanden habe Ist das ja der Langjährige Co-Trainer von Norbert Mayer Frank Heinem an Du müsstest Wart mal Michael Du müsstest dein Mikro Ein kleines bisschen Von deinem Mund wegnehmen Okay Und Der Der hat gesagt Er hat einen lustigen Spitznamen Sein Spitzname ist Fanny Und Lustig Also Fanny F-U-N-N-Y Und den möchte er Nicht mehr so oft Auf dem Platz hören Wenngleich er damit Kein Problem hat Den Namen erhielt er Ausgerechnet von KFC Urgestein Frank Kirchhoff Mit dem er Gemeinsam die Schulbank drückte Und jetzt kommt ein Zitat Von Zu lesen auf Liga 3 online Ich bin kein Clown Kein Fanny Knödel Oder Fanny Chip Berichtet Heinemann Mit einem Schmunzeln Denn im Grunde Sei er ein ernster Typ Dann hat er auch nicht Geschmunzelt im Interview Also ein Ein Erwachsener Mensch Der sagt Ich bin kein Fanny Knödel Oder Fanny Chip Den würde ich jetzt mal Spontan Eher auch als Nicht lustig bezeichnen Ja Und Ich möchte nicht wissen Was bei denen jetzt In der Kabine los ist Wenn der Trainer Nicht im Raum ist Ja Die noch lustigere Aussage Ist ja Dass er sagt Wir wollen Fußball spielen Aber Ich will Dass hart gearbeitet wird Ich weiß Wovon ich da rede Und bla 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 Und dann sagt er Was er sich von der Mannschaft Erhofft Ganz einfach Neun Siege In den neun noch anstehenden Liga Spielen Und das finde ich Ist doch eine super Ansage Für eine Mannschaft Die aus Altstars So eine Resterampe Zusammengekauft Von einem Weiß ich Von einem Financier Oder von diesem Geldgeber Der keine Ahnung von Fußball hat Verunsichert ist Die in der Rückrunde Drei Punkte geholt hat In zehn Spielen Noch kein Spiel gewonnen hat Und der Mannschaft Erstmal zu sagen Ich will jetzt Alle Spiele gewinnen Das ist glaube ich So genau das Richtige Mit dem man einsteigen sollte Ja Was soll schief gehen Viel Erfolg Ja Aber das ist doch das Was der Boss hören möchte Ja Ist jetzt der Der Heinemann Jetzt fest Oder jetzt bis Saisonende Oder wie ist das jetzt gedacht Habt ihr da irgendwas gehört Ich gebe ihm vier Spiele Wie es kommuniziert ist Oder wie es gedacht Also ja Wie es jetzt offiziell Kommuniziert ist Er soll die Saison Zu Ende führen Ich glaube sie haben mitbekommen Dass sie jetzt nicht mehr aufsteigen Ähm Ja Wenn er jetzt noch Zweimal nicht gewinnt Hat sie es eh erledigt Und Das heißt Wenn sie jetzt Wir haben dann Für die neue Saison Haben wir dann schon Hoffnung Dass da irgendwie Effenberg oder Magath kommen Ja Ich habe sehr große Hoffnung Okay Schauen wir mal Vielleicht auch Vielleicht auch Markus Babbel Uh Er ist wahrscheinlich zu ruhig Ah Mal gucken Hat er einen Spitznamen Er bräuchte so einen Grundnervösen Typen Das stimmt Ja Du brauchst einen mit Spitznamen glaube ich Gino de Thierry Uh Das wäre gut Aber Nee Das wäre Das wäre schlecht Weil er gut ist Ja Der hat zu wenig Glamour Glaube ich Für den Herrn Pono Mareff Ähm Ja Gut Wir werden das im Auge behalten Ich überlege gerade Was Norbert Mayer Für ein Glamour hat Aber okay Naja Der ist Der hat immer Den Glamour Dass er schon Ich glaube Zweimal Von der dritten In die zweite Aufgestiegen ist Und zweimal Von der zweite In die erste Aber den Fehler So einen Trainer Wie Norbert Mayer Zu pflichten Wird Pono Mareff Nicht nochmal Machen Ah Ha Üdingen Was soll schief gehen Vielleicht schickt Der Basti Schweinsteiger Seinem alten Kumpel Kevin Großkreuz Mal so eine Lkw Ladung Funny Chips Für die macht er doch Werbung Die hat er Da kommt doch bestimmt Günstig ran Funny frisch Meinst du Oder ist das nicht dasselbe Ja das sind Chips Von funny frisch Achso Funny frisch Chips Okay Ja wie auch immer Ich esse nicht so oft Chips Ich hab das nicht so genau Im Blick Jetzt haben wir es so oft gesagt Jetzt könnten die uns Mal so ein Lkw schicken Ja oder Pringels Die nehme ich auch Die esse ich lieber Oh Jetzt hast du es kaputt gemacht Lkw dreht um Jetzt schickt uns keiner mehr In Lkw Ah shit Keiner von uns wird dick werden Ja noch dicker Hm Hallo wie redest du bei mich Prüf Prüf Der nächste Podcast kaputt Ja Okay Gut Dann werden wir nochmal kurz ernsthaft Was haben wir sonst noch an News aus der Liga In der Auf Liga3online.de Hatten sie gestern oder heute Nochmal so die verschiedenen Varianten Zu einer Regionalliga Reform Nochmal so gegenübergestellt Also Wollten die Die wollten sich doch heute nochmal treffen oder Ja da gab es Die Lösung ist Dass die Ligen bestehen bleiben sollen Geil Ist das der aktuelle Stand? Das kam heute Hab ich als Whatsapp Newsletter bekommen Ja Es soll bei 5 Staffeln bleiben Und sprich Keine Staffel will sich auflösen Dafür haben wir jetzt wohl die Vertreter votiert Entscheidend ist aber das natürlich was der DFB sagt Und Das wäre dann die Variante mit Es gibt entweder ein Ein Aufstiegsspiel Und drei Feste Oder es gibt halt zwei Feste Und die anderen drei Kämpfen um dann die zwei Aufstiegsplätze Also wenn es bei 5 Regionalligen bleibt Dann hätten die Drittligisten natürlich mit ihrer 4. Absteigerlösung So ein bisschen die Deppen Und Andererseits Ja Wenn sie jetzt bei 5 Regionalligen bleiben Und es zwei feste Aufsteiger gibt Aus der Südwest und der West Dann finde ich Sollten sie es wirklich so machen Dass sie in der Dreierrunde Den Jeder gegen jeden Ja Jeder ein Heimspieler Ein Auswärtsspiel Ja oder Ja gut Vier Spiele werden wahrscheinlich ein bisschen viel Ja Kann man auch so machen Das wird dann halt ausgelost Gut keine Ahnung Ja Was ich noch einen ganz interessanten Punkt In der Diskussion fand Von Mani Schwabel Dem Präsidenten von Unterhaching Der fordert nämlich Dass die Drittliga In die DFL eingegliedert wird Auch Vor allem wegen der Finanzierung Und das fände ich auch Angemessen Dass man das halt als Gesamt Den Profibereich Aus einer Hand hätte Und auch die Vermarktung dann dementsprechend Und auch die Geldverteilung Da ein bisschen anpassen würde Weil der Der Schritt von der zweiten In die dritte Der ist halt sehr sehr groß Vor allem für Unterhaching Ja Nicht nur für die Für alle anderen ja auch Wir sehen es ja mit den Absteigern Wie die ja häufig dann Oder nicht selten genug Dann irgendwie gleich Da auch da ums Überleben kämpfen Ja Naja Sind zumindest so Punkte über die man mal Dardenken sollte Okay Das wär's so an An meinen Meldungen Habt ihr noch irgendwas Was wir hier noch unterbringen sollten So rund um die Drittliga Nein Gut Also mir wurde versprochen Wir nehmen heute nur bis 10 auf Und deswegen bin ich schon am Feierabend Okay Dann geht's noch ganz schnell Region Region sag ich Rubrik Buntes Hab ich extra für dich was rausgesucht Sonja Oh Ja Am 15. Juni Ist in der Britta Arena Wieder 90er Party Calling Mr. Rainer Ja Die sind bestimmt auch dabei Und Hast du da auch den Stadionsprecher Und jetzt alle Und dann kommt auch noch Irgendwie so eine Mallorca Party Ich glaub das ist eine andere So das ist mein Ding Da sind dann auch hier so Die Experten wie die Atzen Und Micky Krause Und lauter solche Gestalten Kommt Micky Krause echt Stand da irgendwo Irgendwo hab ich das gelesen Oh Ich hätte gern wieder die Russen Party Zu der ich letztes Jahr nicht konnte Da waren ein paar schöne ESC Ja Wart ab Kommt noch was Gibt's auch noch Ja gibt's nämlich auch noch Präsentiert von Katina TV Und das fand ich jetzt Ganz hervorragend Nämlich Stefan Blöcher Der Zweite Geschäftsführer Der Britta Arena Und der sich offensichtlich auch so Um diese Konzerte und andere Veranstaltungen Außerhalb vom Fußball Kümmert Der kündigte doch da im Interview dann an Wir haben dann auch die Leningrad Cowboys da Die letztes Jahr noch vor 120.000 Leuten Irgendwo in sonst wo gespielt haben Und da war ich schon elektrisiert Leningrad Cowboys Wie geil ist das denn? Du hast gedacht endlich macht der Stadion Ausbau Sinn Ja fantastisch Ich wollte sofort Karten bestellen Egal wann es ist Ich plan meinen Urlaub um und alles Egal Und dann guck ich da Und dann steht da nur Leningrad Und dachte ich Hä was ist jetzt Leningrad? Haben die sich umbenannt? Ist das eine Nachfolgeband? Was ist das? Ist das ein Tippfehler? Stellt sich raus Leningrad ist eine ganz andere Band Das ist auch eine Das ist tatsächlich eine russische Band Die Leningrad Cowboys Die kommen ja aus Finnland Tatsächlich irgendeine russische Ska Band oder sowas Ska Rock Keine Ahnung Und hat mit Leningrad Cowboys überhaupt nichts zu tun Ich glaub der hat die verwechselt Ich hoffe der weiß mit wem er jetzt seinen Vertrag geschlossen hat Und die haben den Vertrag ihres Lebens So wie geil Stadion Konzert Ja geil Vorher haben wir vor 300 Leuten gespielt oder sowas Und jetzt haben wir die Britta Arena voll Boah krass Als würde ich mich irgendwie Madonna an Plag nennen Und damit auf Club Tour gehen Du stehst immer vor so 500 angepissten Leuten Wenn du anfängst Ja sehr schön Micha was ist krass Ich hab nur grad geguckt Das Wiesbaden Olé heißt das Ach das ist diese Party Diese Ballermann Party da ne Ja die ist eine Woche später am 22. Juni Und die Karten kosten 19,90 Euro Zuzüglich Gebühren sind 26,90 Euro Und das Premium Ticket für 84,90 Euro Ein Premium Ticket Feiern wie ein VIP Oh okay Mit eigener Toilette separat im Eingang Hast du dann so eine Lounge stand da oben wahrscheinlich Mit Bier, Wodka, Rum, Gin Als Shot oder Longdrink inkludiert Okay Und Spezialitäten vom Grill Ja Können wir gleich wieder umbauen danach Danach ist das Da gehst du einmal mit dem Kärcher durch Dann passt das Ja okay Also das zu den Sommeraktivitäten der Britta Arena Schön Ja Habt ihr noch was Buntes? Sonja was ist so los auf Instagram? Hast du irgendwas beobachtet? Nö Okay Also was ja schnell geht ist Viel zu frustrierend Das kann sich keiner machen In so einer Saisonwette Da hat Blacher und Müller Tut sich nicht so viel Ja Die Auf die habe ich keine große Hoffnung mehr Aber Saisonspende Bist du weiter fleißig dabei? Ja Nach kurzer Durststrecke Richtig Aber gerade Kuhn hat mir jetzt natürlich wieder ein paar Euro aus der Tasche gezogen Für den gibt es ja für jedes Tor fünf Euro extra Ich glaube so langsam sollten wir ihn mal ansprechen Aber er sich daran nicht beteiligen will Haha Ich habe übrigens Als ich Nach dem Nach dem Spiel gegen Münster Als ich gegangen bin Ist auch Moritz Kuhn gerade mit seiner Frau oder Freundin gegangen Und Ist die schwanger eigentlich Wollte ich an der Stelle nochmal fragen Ja Das habe ich dann Habe ich mich im Nachhinein Geärgert Dass ich das Den Torjubel erst Daheim Wahrgenommen habe Also während dem Spiel Sei es mir verziehen Dass ich die Geste nicht wahrgenommen habe Er wurde ja vom V1TV gefragt Und er hat ja gesagt Er will nichts dazu sagen Erstmal Das heißt Er hätte dir wahrscheinlich auch nichts gesagt Sagen wir so Sie sah jetzt nicht schwanger aus Aber Ja Er hat ja diesen Diesen Nuckeljubel gemacht Achso Und Genau Ich habe ihn dann nur So im Ja Ich will dir ja auch nicht nerven Dann habt ihr nur Das war uns jetzt auch keiner Mit dem ich groß ins Gespräch kam Bislang Habt ihr nur gefragt Ob er denn Früher auch schon die Freistöße geschossen hat Dann meinte er Ja gut in Sandhausen Wenn er mal spielen durfte Ja auch schon mal Aber Genau Also ich habe mir jetzt Das ist jetzt auch noch nicht persönlich getroffen Aber wenn ich ihn so Im Interview Irgendwie so Bei Magenta TV Oder irgendwas Schon mal Gehört habe Da hat er jetzt nicht so die Riesenklopper rausgebracht Irgendwie Also das war jetzt Bis jetzt waren die Interviews nicht so ergiebig Vielleicht muss man mal Richtig fragen Einfach nur Er ist halt sehr krass tätowiert Also Ja klar Wohl auf Den Armen Als auch an den Beinen Also wenn er sich warm läuft Sieht man das sehr gut Wenn er die Schienbein Also die Stutzen unten hat Ja ja Deswegen sind die natürlich auch immer unten Und deswegen läuft er auch immer kurzärmlich rum Das muss man ja zeigen Soja Sollten wir an der Stelle So spielen Der hat wahrscheinlich einen Vertrag Mit Petrolierer So lange er so spielt Wie die Freischüsse so reinschießt Ist mir das völlig egal Ja kann er das machen wie er möchte Ähm Was wir vielleicht an der Stelle noch erwähnen sollten Dass Manu Schäffler eine neue Frisur hat Er hat nicht mehr sein Sein Zöpfchen da hinten dran Jetzt sind wir doch bei bunten Themen Endlich angekommen Eben Möchtest du Er hat noch gesagt Was gut aussieht Und was nicht gut aussieht Also ich finde Manu Schäffler sieht jetzt Sehr viel besser aus Die Tattoos hat er zwar immer noch Aber Gut Das Die werde ich mir nicht wegdiskutieren können Ja Wie findest du es denn Sonja Ist mir völlig egal Ach komm Das einzige so Ich fand so mit Zopf hatte immer so Diesen Slatern Touch Ah Also bist du ein bisschen traurig Dass der Zopf jetzt nicht mehr da ist Nein es ist mir wurscht Ich dachte jetzt könnte ich dich mal ein bisschen Aus der Reserve locken hier Nein Naja gut Okay Wenn der gescheit spielt Kann der aus dem Wirbel Apropos gescheit spielen Im Tippspiel Apropos Im Tippspiel sehe ich mal wieder ganz schlecht aus Ich bin da irgendwie auf Weiß ich Kurz vor Kurz vor Ende Ähm Aber Ich kann leider jetzt noch nicht verkünden Welche Preise es diesmal gibt Ich hab jetzt gerade kürzlich Mal wieder Kontakt mit dem Verein Bezüglich Tippspielpreisen aufgenommen Aber ich hoffe Bis zur nächsten Folge Äh Haben wir das Und dabei streng ich mich ja bekanntlich erst an Wenn ich die Preise kenne Du musst dieses weiße T-Shirt Du weißt noch welches T-Shirt du für mich organisieren musst Ne Du willst noch ein T-Shirt Was fehlt dir noch Ja das mit den vier Schriftarten auf weiß Äh Ja warte mal Ich glaube ich weiß was du meinst Ich schicke es dir gerne noch mal zu Dieses schöne Bild Mit diesen völlig verunglückten Ja 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 Keine Ahnung Das stimmt Das war Zahlvereinsname und alles Bunt und so Diese Schriften Typografisches Desaster Ja Richtig Ja Das möchte ich haben Okay Ich frag mal nach Da ja das den aus dem Kreuz Das kann unmöglich mehr als einmal verkauft worden sein Ja Wie noch eine ganze Kiste von Ich äh Ich werde nachfragen Gut Dann Noch einmal ganz kurz ehemaliger Und dann sind wir auch schon fast durch Äh Jonathan Kotzke Wir hatten ja auch schon von ihm berichtet Dass er ja doch noch tatsächlich eine äh Interessante Wendung in seiner Karriere erfahren hat Und obwohl er eigentlich nur in der zweiten Für die zweite Mannschaft von Ingolstadt verpflichtet wurde Jetzt da regelmäßig in der ersten spielt Ähm Da war hat sogar die Süddeutsche Hat das bemerkt Und ein Artikel über ihn veröffentlicht Äh Den verlinke ich nochmal Falls das jemand nochmal nachlesen möchte Ja Das wär's hier an der Stelle Und dann Kommen wir zum Höhepunkt der heutigen Sendung Kleinen Moment Ich muss hier nochmal eben Aufs Knöpfchen drücken Äh Wo hab ich's Hassen Ganz hässlich hassen Ich kann's nicht lassen Ich bin der Hass So Sonja Eine neue deutsche Welle Party wär auch mal was Das wär auch mal was Ja Da müssen wir mal den Herrn Blöcher dazu befragen Äh Wir wären dabei Was Hast du denn heute? Ich hab tatsächlich mal wieder was ins Dokument geschrieben Ich bin Ehrlich gesagt gespannt Ob ihr mitgeht oder nicht Äh Ich hab reingeschrieben Hass Rubrik Maggat Nur Maggat Ich weiß nicht Ob ihr den Auftritt im Sportstudio gesehen habt Es gab wohl auch noch einen im Doppelpass Das hab ich nicht gesehen Aber der muss wohl ähnlich schräg gewesen sein Ich hab nur davon gehört Aber ich guck Äh Weder das eine noch das andere Im Regelfall Also Sportstudio hab ich mir dann nachträglich nochmal angeguckt Weil ich viel darüber gelesen hatte Und das ist einfach Das ist so ein Prototyp des Völlig überlebten Trainers Trainertyps auch Der aber meint Irgendwie noch alles besser zu wissen Und diese ganzen Jungen irgendwie so Ach überhaupt nicht ernst nimmt und alles Und das geht mir so auf den Sack Hast du da ein paar konkrete Zitate für uns? Über die wir uns jetzt auch nochmal ein bisschen echauffieren können? Oder war es mehr so das Gesamtkunstwerk? Es war tatsächlich das Gesamtkunstwerk Was mir dann am Ende aber sehr hängen geblieben ist Er wurde in so einer Schnellfragerunde gefragt Wer ist zur Zeit der beste deutsche Trainer? Ihr dürft raten, was er gesagt hat? Bestimmt Niko Kovac Beide schöne Ideen Aber er sagte tatsächlich Friedhelm Funkel Achso, ja natürlich Und das summierte irgendwie alles sehr schön Was er so vorher so abgetan hat Die können alle nix Und dann auch Ja, wenn man sieht irgendwie Schalke Da sind die sich nicht einig Da der Sportdirektor und der Trainer Da war es noch viel besser, wie ich das alles selber gemacht habe In einer Position Und da hatten sie auch den richtigen Und so Also So völlig beknackte Selbstwahrnehmung Und er legt ja tatsächlich auch drauf an Wohl nochmal einen Job zu bekommen Oder wäre da bereit Ich weiß niemanden außer Uerdingen Also ich bin tatsächlich So was von scheißfroh Dass der SVW nicht auf so eine Idee gekommen ist Wenn sie mal wieder einen Trainer gesucht haben Hier, der hat Erfahrung Der könnte irgendwen retten Dass sie so einen Typen geholt haben Magath kann sich wehen glaube ich nicht leisten Nein, mal davon abgesehen Aber es gibt ja diese Typen auch einfach Es laufen ja mehrere davon rum Auch es muss jetzt noch nicht mal so jemand so hoch gewesen sein Wenn ich so einen höre wie Basler oder so Der auch so mit dieser Früher war alles besser Und man ja sogar irgendwo durch Clubs tourt Und irgendwas erzählt Basler ballert Ja Ach diese Typen Ich finde es furchtbar Und man kann ja gegen die neue Trainergeneration Sagen was man will und so Aber Dass du bei Weiß ich nicht Bei Nagelsmann Und Klopp Tuchel und so Dass du sagst Ne der beste deutsche Trainer ist aktuell Friedhelm Funkel Also bitte Da muss man schon sehr verklärt sein Und Ja diese Typen sollen endlich Dieser Trainertyp soll endlich aussterben Und ist auf einem guten Weg Aber So Leute wie Magath kriechen dann doch nochmal hervor Und geben ihnen Sente zu Seht ihr das genauso überhaupt? Also das Ja wie gesagt Ich hab mir das nicht angeschaut Hab nur gesehen Dass viele Leute sich irgendwie Über Teils wirre Aussagen von ihm Irgendwie ein bisschen lustig gemacht haben Wobei irgendjemand auch meinte Dass irgendwie Wenn man jetzt mal so von der Wirren Art der Oder von der Wie er es erzählt hat Ein paar Punkte aber durchaus Nachdenkenswert seien Ich hab aber jetzt nicht genauer eruiert Welche damit gemeint waren Also was ich jetzt Ich hab's auch nicht gesehen Aber was ich mitbekommen hab War einfach nur Dass er Was gesagt hat Der Reporter das im Prinzip nochmal mit eigenen Worten gesagt hat Und der Magath ihm dann Widersprochen hat Ja sehr gut Und dass er im Prinzip Hat er auch gesagt Also wenn er nochmal irgendwo arbeitet Dann nur Wenn er halt die Komplett Verantwortung hat Also sprich Wenn er entscheiden darf Welche Spieler geholt werden Und Weil er will nicht der Sündenbock sein Für das Spielermaterial Für das er nichts kann Sozusagen Ja der macht das wie früher Irgendwie bei Wolfsburg Oder so Und holt in der Winterpause So fünf Tschechen Irgendwo Oder aus irgendeiner zweiten Liga Geil Daher will er auch einen Trainer haben Ganz ehrlich Anika Emi freut sich Der kommt nochmal Haris Theas Magath Magath hatte Erfolg Und hat auch Ja einige Titel erreicht Aber Der hat irgendwann Komplett glaube ich Den Faden einfach verloren Und hat dann nur noch Von seinem Namen gelebt Und Ja Also ich fand ihn ja tatsächlich Schon bei seiner Eintracht-Zeit Furchtbar Gut Beim Bayern hat er ja dann Tatsächlich noch mal was gewonnen Aber ich fand ihn schon damals In Frankfurt wirr Und Und unsympathisch Und ich finde einfach so Das hat er irgendwie noch So ein bisschen perfektioniert Jetzt über die Jahre Und jetzt inzwischen ist er halt Einfach nur so dieser Dieser Alte Typ Der auf diesen jungen Fußball guckt Und nichts besseres zu tun hat Als es irgendwie scheiße zu finden So kommt er mir vor Und diesen Typen mag ich halt einfach nicht Ja was bei Bei Magath mich halt schon Immer unsäglich gestört hat Ist dass er halt mit diesem Wahnsinn Druck arbeitet Also Da werden dann halt irgendwie 40 Leute in den Kader geholt Irgendwie Und halt gnadenlos gesiebt Mit den Leuten wird nicht gesprochen Sondern halt Wenn er nicht funktioniert Fließt er raus Der nächste steht schon parat Also dieses Ja Fand ich völlig unmöglich Aber gut Was ich nie vergessen werde Von Felix Magath Ich war Im Pokalfinale Gegen Das war glaube ich Gegen Schalke Wo Da war Magath Trainer Von Bayern Und Wir haben dann das Finale gewonnen Und ich war dann da in der In der Fankurve Relativ weit unten Und dann kamen die eben Ja die Spieler kamen Mit diesen typischen Großen Weizengläsern Und Dann kamen sie auch mit dem Pokal Und dann haben wir halt dann Wie man es halt so macht So Und die Hände So gewartet Dass sie dann eben Und dann sollte Magath Den Pokal in die Hand nehmen Sozusagen Und nach oben recken Damit wir dann Hey Machen können Und das kennt ja jeder Und der Magath hat es nicht kapiert Der stand da Und hat dann gewunken Der hat dann gewunken Und die Spieler Wollten ihm so den Pokal In die Hand drücken Damit er das eben so macht Oder haben sie ihm so vorgemacht Er hat es nicht verstanden Sofort aussortiert Der war frechter Spieler Was die Leute von ihm wollen Also weder Also er stand da einfach Und hat Oder er hatte keinen Bock drauf Keine Ahnung Ja und so redet er inzwischen Ja genau Also er macht halt so sein Ding Und Ja Okay Also Dann hassen wir halt Felix Bagath Ja aber Ihn aber auch stellvertretend Stellvertretend für alle anderen Stellvertretend für die ganze Welt Stellvertretend für Friedhelm Funkel Das hast du jetzt gesagt Aber ich sag mal nichts dagegen Ja ja Okay Gut Gut War jetzt nicht gar so kontrovers Aber okay Die Kontroverse Sonja hat ja einen Ruf zu verteidigen Wo ich den her hab Würde ich gerne noch wissen Ja Aber schönen Gruß an den Kevin Er wird uns Er wird uns bestimmt Auch heute wieder zuhören Ähm Ja Dann sind wir eigentlich durch für heute Ich hab noch einen Rausschmeißer Und zwar Ähm Letztes Mal haben wir ja von Marcel Bär noch berichtet Der Dreimal in dieser Saison gegen Wehen verloren hat Ich hab jetzt genau das Gegenteil gefunden Also Äh Jetzt nicht Keiner der dreimal gegen Wehen gewonnen hat Aber Äh Patrick Herrmann Nicht der von Gladbach Sondern der Der lange bei Kiel war Und jetzt im Sommer Ähm Sommer nicht Nicht im Sommer Ähm Jetzt in der Winterpause Jetzt erst Ich glaub Anfang Februar oder irgendwas Oder im Januar Ist der Zu Darmstadt 98 gewechselt Und der hat diese Saison schon dreimal gegen den HSV gewonnen Äh Zweimal mit Kiel Das war jeweils halt am ersten Spieltag dahin Beziehungsweise Rückrunde Und ähm Jetzt auch mit Darmstadt Und gegen St. Pauli Den zweiten Hamburger Verein hat er auch zweimal gewonnen Äh Ja Der hat gerade auch einen guten Lauf gegen Hamburger Verein Ich glaub das hat sogar Kiel getwittert Ne Bestimmt ja Ich hab's irgendwo auf Twitter hab ich's mitbekommen Also wir halten fest Das Gegenteil von Gegen den SVW zu verlieren Ist gegen den HSV zu gewinnen Ja kann man so sagen Jetzt kann ich wieder nicht schlafen Weil ich da die ganze Nacht drüber nachdenken Dreimal Und dann wälzt er sich hin und her Ja Genau Okay Dann Würde ich sagen War's das für dieses Mal Bleibt uns gewogen Äh Schenkt uns ein Herzchen Ein Eine Rezension Ein Sternchen Ein Dingsbums Was auch immer Flausch Flausch Ja genau Äh Schickt uns Liebe Oder auch Geld Ne Geld ist eigentlich nicht nötig Äh Das heben wir uns noch auf Schokolade würde ich nehmen Okay Einen Schokoriegel Für die Sonne Ja 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 Ein Schokoriegel für jedes Mal Dass ich den Witze beim Leben gehört habe Ja genau Deswegen sag ich's Weil das Schwer zuckerkrank Äh letztes oder vorletztes Mal hast du es ja erst erwähnt Äh Ich erwähne das immer wieder Okay Ja Ah ich hab nur grad überlegt Welchen Nachnamen ich Haben könnte Damit man mir was Tolles schenkt Bier Michael Michael Flaschenbier Ist nicht schlecht Ich kenn nur Taschenbier Ein Sams für Mati Nein Hört einfach weiter zu Und äh Kommt ins Stadion Das reicht völlig Jaja Genau Okay Also dann Bis demnächst Tschüss Tschau Tschüss 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 Untertitelung. BR 2018